Jamie und Clyde von GF Unger Es ließ Armin Rode Als ich durchs Fenster in ihr Zimmer stieg, war es schon lange nach Mitternacht. Sie stand vor dem Pferlitten-Tisch, betrachtete sich im Spiegel und massierte ihr Gesicht. Die Massage sollte die Durchblutung der Haut anregen und die Bildung von Fältchen um die Augen- und Mundwinkelhauben verhindern oder wenigstens verlangsamen. Denn ein paar feine Fältchen hatte sie nämlich schon, kaum erkennbar zwar, aber eben doch vorhanden. Sie war kein Mädchen mehr, sondern eine Frau. Sie hatte Kleid und Unterrock ausgezogen und ich konnte sehen, dass alles an ihr bestens erhalten war. Sie war richtig knackig und voll Saft, sodass sie es noch mit jedem jungen Mädchen aufnehmen konnte. Wir ritten den ganzen Tag und erreichten am frühen Abend eine kleine Siedlung in einem kaum benutzten Wagenweg, auf dem wahrscheinlich nur jede Woche einmal eine Postkutsche verkehrte. Die Siedlung bestand aus einer Reihe Hütten, Schuppen und Corals, die sich um die Poststation und einen Store kopierten. Wahrscheinlich lebten dort kaum mehr als ein Dutzend Menschen. Ich sagte zu Jamie, wir müssen zum Store und uns ausrüsten, um längere Zeit den Menschen fernbleiben zu können. Ein Packtier brauchen wir auch. Und so ritten wir hinüber. An der Hauswand zwischen den Eingängen zur Poststation in dem Store saß ein Mann in einem Lehnstuhl. Ein großer Hund kam drohend angelaufen, als müsste er diese armselige Siedlung vor uns beschützen. Doch der Mann im Lehnstuhl sagte, hau ab, Hurensohn, hau ab. Der Hund gehorchte sofort, drehte ab und verschwand. Wir hielten vor dem Store-Eingang an und der Mann erhob sich und starrte Jamie ungläubig an. Diese verdammte Welt wird doch manchmal wunderschön. Was soll es denn sein? Womit kann ich der Lady und dem Gent dienen? Er war ein schmieriger, ungewaschener Bursche, der gewiss längst resigniert hatte, weil er am falschen Platz investiert hatte. Aus diesem armseligen Ort würde nie eine Stadt werden. Ich sagte vom Sattel aus, wir brauchen ein Packtier und alle Dinge für einen langen Ritt. Da sind sie hier richtig, sagte er und stieß einen lauten Pfiff aus. Drüben bei dem Stall und den Corals zeigte sich ein kleiner Mann. Shorty, bring das Maultier und einen Packsattel her! So rief er, in des wir absaßen. Der Store war zugleich auch eine Art Salon. An der einen Wand war eine Theke mit Gläsern und einem Flaschenregal dahinter. »Meine Frau kann Ihnen drüben in der Gaststube der Station ein Abendbrot auftischen,« sagte der Mann, »für einen Dollar insgesamt.« »Soll ich hier Bescheid sagen?« Wir nickten gleichzeitig. Dann schrieb ich eine Liste all der Dinge, die wir kaufen wollten, angefangen von der Kaffeekanne und vom Kandiszucker bis zu Wolldecken, Segeltuchplanen und Regenumhängen, einer Schrotflinte und einem Spencer-Karabiner mit genügend Munition. Jamie saß derweil auf einigen Säcken mit Mais und Bohnen und aß eine große Salzgurke. Ich gab dem Stationsmann die Liste und ging dann mit Jamie hinaus. Von Osten her krochen die Schatten der Nacht heran. Überall in der kleinen Siedlung brannten Lampen. Ein stiller Abend. Eine halbe Stunde später, wir hatten unser Abendbrot fast schon vertilgt. Er tönte draußen Hufschlag. Reiter waren vor der Station. Wir hörten ihre heiseren Rufe. Dann kamen sie auch schon sporenklirrend herein, staubig, verschwitzt, wild und anmaßend. Oha, ich sah gleich, zu welcher Sorte sie gehörten. Es waren drei. Sie verharrten einige Sekunden, weil ihre Augen sich an den Lampenschein gewinnen mussten. Ich wusste schon, was kommen würde. Denn als ihre Augen sich an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnt hatten, sahen sie Jamie. Sie starrten sie an, traten langsam und staunend näher. Ich hatte längst meinen Colt herausgenommen und unter dem Tisch auf meinem Oberschenkel liegen. Nun wartete ich ab. Ich wollte keinen Ärger. Doch diese drei Wilden da würden Verdruss machen, das ahnte ich. Sie blieben dicht vor unserem Tisch stehen. Seht euch das an, sagte einer. Das ist es. Was, Lefty? Fragte sein Nachbar gründend. Die da. Sieht sie nicht so aus wie die, die ich euch immer beschrieben habe, wenn wir uns gegenseitig unsere Traumweiber beschrieben? Ja, genau so. Aber sie hat einen Freier. Die ist versorgt. Essen wir erst mal was. Sie wandten sich tatsächlich ab und setzten sich an einen anderen Tisch. Die Frau des Stationsmannes kam aus der Küche. Wir haben Hunger und Durst, klang es dreistimmig. Beeilung, sonst kommen wir in die Küche und versorgen uns selbst. Die Frau verschwand blitzschnell. Ihr Mann ließ sich nicht blicken. Die drei Kerle setzten sich so, dass sie Jamie anstarren konnten. Vielleicht hat sie einen dicken Hintern und krumme Beine, sagt einer, und sieht nur obenrum heiß aus. Hey Süße, komm mal hinterm Tisch hervor, damit wir dich richtig betrachten können. Na los! Ich seufzte leise. Ich wusste, wenn ich zuließ, dass sie aufstand, um sich betrachten zu lassen, würden sie weitermachen. Es waren wahrscheinlich Banditen, voll Hass auf die ganze Welt, weil sie gehasst und verachtet wurden. Was war das für eine Pechsträhne, in der wir uns jetzt befanden? Wir waren auf der Flucht und mussten an diese Kerle geraten. Jamie bewegte sich nicht. Ich wusste, sie erwartete jetzt Schutz von mir. Also sagte ich, hört auf, ihr Stinker, sonst stopfe ich euch das Maul. Darauf hatten sie nur gewartet. Sie sprangen auf und schnappten nach den Kolz. Ich schoss unter dem Tisch hinweg. Ich hatte keine Wahl. Sie bekamen zwar noch ihre Revolver heraus, und einer konnte sogar noch einen Schuss abfeuern. Aber dann lagen sie stöhnend am Boden. Sie hatten böse was abbekommen, da ich ziemlich tief zielte. Pulverdampf erfüllte den Raum. Die Frau des Stationsmannes schrie wie verrückt in der Küche. Dann hörte man nur noch das Stöhnen der Getroffenen. Nun endlich kam der Stationsmann, auch jener Shorty und zwei andere Männer. Jamie und ich erhoben uns. Haben Sie alles herausgesucht? Fragte ich den Stationsmann. Wir wollen weiter. Gehen wir. Er gehorchte. Die anderen Männer blieben zurück. Jamie und ich hatten es jetzt eilig. Wir folgten dem Wagenweg nach Norden. Auf dem Maultier hatten wir alle eingekauften Dinge. Als wir etwa drei Meilen geritten waren, kamen uns Reiter entgegen. Im Mond- und Sternenschein erkannte ich am vordersten Reiter einen blinkenden Stern. Es war so ein Sheriffstrop. Wir hielten an. Wenig später fragte uns der Sheriff, Sind Ihnen drei Reiter begegnet? Die finden Sie drei Meilen weiter in der Station, erwiderte ich. Was ist mit Ihnen? Ich bin der Sheriff von Amity, sagte der Mann. Sie haben unsere Bank ausgeraubt und den Kassierer erschossen. Ich bin schon mehr als hundert Meilen hinter Ihnen her. Er wollte weiter. Sie brauchen sich nicht mehr zu beeilen, Sheriff. Diese drei Kerle waren scharf auf meine Frau. Ich musste sie klein machen. Die können nicht mehr. Nach diesen Worten ritt ich mit Jamie weiter. Der Sheriff rief uns nach. Wie ist Ihr Name, Mister? Yates. Clyde Yates. Ich schlug wieder den Weg nach Osten ein. Wir tauchten im Mondschein in den Hügeln unter. Und irgendwann im Verlauf der Nacht hielten wir endlich an und schlugen an einem murmelnden Creek das Camp auf. Jamie kam zu mir unter die Decke. Ich nahm sie in den Arm. Aber schon nach einigen Atemzügen schlief sie. Sie war völlig erschöpft. Und sie wollte sich sicher fühlen. Sie vertraute mir. Sie wusste, dass ich sie beschützen konnte. Was in der Station geschehen war, hatte uns zu einem Pärchen gemacht, das nun gemeinsam dem Glück nachjagen würde. Wir hatten einiges Betriebskapital. In meinem Geldgürtel und Taschen befanden sich mehr als 5000 Dollar. Jamie hatte gewiss doppelt so viel. Wir würden zusammenlegen. Auch ich schlief nach einer Weile ein. Schon lange hatte ich nicht mehr unter freiem Himmel kampiert. Am nächsten Tag weckte uns die Sonne sehr früh. Der Creek plätscherte leise. Jamie kam wieder in meine Arme, rollte sich über mich und sah auf mich nieder. Ja, wahrscheinlich bist du der Mann, sagte sie leise, nachdem ich schon lange suche. Einige Male bin ich schon reingefallen und habe deinen Vorgängern gesagt, dass sie sich zum Teufel scheren sollen. Manchen hat es nicht gefallen. Vielleicht werde ich auch dir eines Tages sagen, dass es uns nichts werden kann. Oder ich dir, sagte ich. Denn deine Schönheit ist nicht alles, was ein Mann auf die Dauer halten kann. Wir werden noch eine Menge über uns herausfinden, Jamie. Da beugte sie sich zu mir nieder und küßte mich. Oh, verdammt, sie ließ mich spüren, was alles hier einem Mann zu schenken hatte. Sie gab und forderte alles mit Zinsen zurück. An diesem Morgen, an einem murmelnden Creek, wurden wir erst so richtig ein Paar. Wir spürten instinktiv, dass uns das Schicksal zusammengeführt hatte. Es konnte nicht anders sein. Es war schon Vormittag, als wir endlich aufbrachen. Noch brauchten wir uns wegen Big John Donovans Männer keine Sorge zu machen. Ganz bestimmt würden sie nach uns suchen, vielleicht sogar monatelang. Aber wir würden unsere Fährte gut verwischen. Wir würden viele Meilen schweigend. Als wir einmal anhielten, um unsere Pferde verschnaufen zu lassen, fragte sie schlicht, »Kleid, du bist ein Revolvermann, nicht wahr?« »Warum?« Ich zögerte. Dann erwiderte ich, »Das ist eine lange Geschichte, Jamie. Wir waren eine wilde Sippe in Tennessee und lebten in einer Fede mit einem anderen Clan. Immer wenn sich irgendwo in den Bergen von Tennessee ein Yeats und ein Boon begegneten, krachten die Colts. Eigentlich war Platz genug für beide Sippen, aber wir löschten uns gegenseitig aus. Ich war der Jüngste, Yeats. Als nur noch ich übrig war, schickte mich meine Mutter weg. Ich war gerade achtzehn. Ihr zuliebe ging ich fort und ließ sie mit drei meiner Schwestern zurück in Tennessee. Ich konnte nichts anderes als kämpfen, reiten und schnapsbrennen. Erst durch den Krieg wurde ich anders, weil ich mich so gut aufs Kämpfen verstand, wurde ich immer wieder befördert. Denn im Krieg wird das Töten belohnt. Ich tat nichts anderes als daheim in Tennessee, aber ich tat es für die Ehre der Rebellenfahne. Schließlich wurde ich Käpt'n. Diese Welt ist verrückt. Am besten denkt man allein an seinen eigenen Vorteil. Aber verdammt, als reiner und guter kommt man sich unter all den Miesen und Bösen wie ein Dummkopf vor. Das weiß doch schon alles über mich, Jamie, jedenfalls fast alles. Sie sah mich vor ihrem Pferd aus einer Weile fest und gerade an. Dann nickte sie. Ein einsamer Wolf. Und du möchtest eine Weile nicht allein jagen. Oh, Kleid, was wird aus uns werden? Ich konnte hier keine Antwort geben darauf. Wir waren zwei Abenteurer. Vielleicht gingen wir unter. Vielleicht aber fanden wir auch das große Glück. Aber was war das große Glück? Ich nahm mir vor, Jamie heute, wenn wir am Abend unser Camp aufgeschlagen hatten und uns zur Ruhe legten, danach zu fragen. Was war für sie das große Glück? Reichtum? Macht? Oder Frieden? Sicherheit? Liebe? Ich begann zu ahnen, dass uns das Schicksal vielleicht aus einem besonderen Grund zusammengeführt hatte. Vielleicht sollten wir etwas herausfinden. Ich fragte sie dann doch nicht an diesem Abend, auch nicht in der Nacht. Zwischen uns herrschte ein wunderbares Verstehen. Zwei Einsame, die ein Paar wurden. Und wir gaben uns alles, wonach wir uns tief in unserem Kern sehnten. Wärme, Zärtlichkeit und das Gefühl, nicht mehr allein zu sein. Das Leben war schöner geworden. Jeden Tag ritten wir nach Norden, hielten uns fern von allen Ortschaften. Wie ein Wolfspärchen ist auf der Suche nach einem neuen Revier durch das Land schlich. Wir näherten uns den Bergen von Colorado jeden Tag mehr als dreißig Meilen. Und dennoch schienen sie nicht näher zu kommen. Ich begann von jedem Pass, jedem Hügelsattel und jeder Wasserscheide aus auf unsere Fährte zurückzublicken. Ob Big John Donovans Reiter wirklich noch hinter uns her waren? Oder hatten sie längst unsere Fährte verloren und wir mussten nichts mehr befürchten? Als wir wieder einmal unter den Sternen lagen und ich Jamie in meinem Arm hielt, da fragte ich sie. Jamie, was erwartest du vom Leben? Was wäre das große Glück für dich? Ihre Augenwimpern kitzelten meine Wange, so nah war sie bei mir. Und sie dachte nach, ich spürte es. Ja, sie dachte tief und gründlich nach. Dann seufzte sie schließlich. Nie wieder so arm sein wie in meiner Familie. Wir hatten Schulden und konnten kaum die Zinsen aufbringen. Ich trug die Kleidung meiner Schwestern auf. Nie wieder arm sein. Aber ich sagte, das ist nicht genug, sag mir mehr. Wir sollten uns ein Ziel setzen. Was sollte das sein? Hunderttausend Dollar! Rief sie impulsiv in die Nacht. In der Ferne heulten Wölfe und Kajuten von den Hügeln, als wollten sie Jamie auslachen. Hunderttausend Dollar, keinen Cent weniger. Sie rief es trotzig, setzte sich auf und schüttelte ihr loses Haar über die Schultern zurück. Ich liebte dieses Haar. Menschen, schöne Kleider, ein saugloses Leben in Wohlstand und Sicherheit. Verehrte Verehrer, die einem die Hand küssen. Das war das, was ich eigentlich immer haben wollte. Eigentlich, fragte ich. Ich lag neben ihr und hatte meine Arme unter meinem Kopf verschränkt. Ich bin mir nicht mehr so sicher, murmelte sie. Ich weiß nicht. Meine Wege waren wohl zu rau. Ich ließ eine Menge Federn. Das macht mich hart, bitter und rachsüchtig. Ja, ich betrüge im Spiel, wenn ich an einen Burschen von der Sorte gerate, die mich früher rupfte, als ich nach dumm und unerfahren war. Aber jetzt? Sie verstummte einige Atemzüge lang und dachte wieder nach. Lauschte tief in sich hinein. Ich spürte es. Schließlich, sagte sie, Frieden und Sicherheit. Einen guten Platz. Keine Bälle und Empfänge. Die Menschen sind zu verlogen, zu selbstgerecht. Tiere wären mir lieber. Pferde, Hunde, Esel. Oh, Kleid, ich weiß es nicht, was ich möchte. Nur eins weiß ich genau. Unter 100.000 Dollar höre ich nicht auf. Nun wusste ich Bescheid. Sie war immer noch hungrig, aber sie sehnte sich nach Frieden und Sicherheit. Müde von der ewigen Jagd nach Beute. Als junges Ding wurde ich zweimal von Männern im Stich gelassen, murmelte sie. Sie nahmen alles mit. Beim ersten Mal war ich an Typhus erkrankt und er hatte Angst, sich anzustecken. Beim zweiten Mal waren Verfolger hinter dem Burschen her, den ich für den Größten gehalten hatte. Er haute mit meinem Spielkapital ab. Wie wird das mit dir sein, wenn wir in eine Pechsträhne geraten? Das wirst du herausfinden, erwiderte ich. Wenn es so kommen sollte. Jamie, ich möchte dich um eines bitten. Ja? Keine Kartentricks mehr. Ich möchte nicht wieder auf einen Mann schießen müssen, den du ausgeblindert hast. Gut. Ich verspreche es. Keine Kartentricks. Sie bettelte ihren Kopf wieder an meine Schulter. Trotz des Geheuls der Wölfe und Kojoten schliefen wir wieder ein. Nach Sonnenaufgang würden wir weiter nach Norden reiten. Wir erreichten damals nach einigen Tagen die Berge von Colorado und verbargen uns einige Wochen in einem kleinen, verborgenen Tal. Es gab einen Creek und eine heiße Quelle. Wir bauten eine Zweikhütte, über die wir unsere Zeltplane spannten. Und dann lebten wir wie Trapper, Fischer oder wie Flitterwöchner. Wir vergaßen, dass es draußen eine Welt mit Jägern und Gejagten gab, mit Bösen und Guten, Reinen und Schmutzigen. Wahrscheinlich gehörten wir zu keiner dieser Sorten so richtig. Je länger wir so lebten, desto öfter hörte ich Jamie lachen. Sie konnte so herrlich lachen. Und fast hatte sie es schon verlernt gehabt. Um unseren Proviant zu strecken, ging ich immer wieder auf die Jagd, Fisch doch, im Creek. Als ich einmal zurück zu unserer Hütte kam, sah ich, dass Jamie Besuch bekommen hatte. Ich hielt an und seufzte, denn mir war klar, wer es auch war, es mussten Leute abseits der menschlichen Gemeinschaft sein, Indianer oder Banditen, Deserteure oder Renegaten. Sonst gab es nur noch Trapper oder Goldsucher. Sie hatten mich längst schon kommen gesehen und warteten auf mich. Vom Sattel aus konnte ich sie sehen. Es waren vier. Und je näher ich ritt, desto deutlicher konnte ich erkennen, zu welcher Sorte sie gehörten. Zwei waren Indianer, der dritte in Halbblut und der vierte Mann in Hosen der US-Kavallerie, wahrscheinlich ein Deserteur. Man sah ihnen an, dass sie sich in der Übermacht fühlten. Offenbar waren sie noch nicht lange hier. Denn ihre Pferde waren nicht abgesattelt und immer noch nass vor Schweiß. Ich hatte quer vor mir eine Gämse liegen, die ich abwarf, bevor ich in Schussnähe ihrer Kolz war. Nur der Halbblutmann besaß ein Gewehr. Er hielt es im Hüftanschlag mit der Mündung zum Boden. Seine Finger haben Abzug. Ich ritt noch ein Stück näher. Dann glitt ich aus dem Sattel und drehte dabei das Pferd, sodass es mir nun als Deckung diente. Ich wusste, wahrscheinlich würde das arme Tier gleich sterben. Doch ich konnte es nicht verhindern. Jamie stand seitlich ein Stück zurück bei der Hüte. Wahrscheinlich hatten sie mit ihr geredet, bis sie mich kommen sahen. Was wollt ihr? fragte ich über den Sattel meines Pferdes hinweg zu ihnen hinüber, wobei ich den Kolz schon in der Hand hielt. Die standen da und grinsten. Dann erwiderte der Halbblutmann, Wir werden zuerst ein Bad nehmen und dann die da. Sie gehören nun uns. Schleich dich oder kämpfe? Alles klar, sie wollten die Frau. Und mich nahmen sie wegen ihrer Übermacht gar nicht ernst. Ihrer Meinung nach musste ich kneifen, aufgeben. Der Halbblutmann hob ganz plötzlich den Gewehrlauf und schoss meinem Pferd eine Kugel zwischen die Rippen. Ich sprang zur Seite, hechtete mich der Länge nach vorn zu Boden und begann meinen Kolz zu leeren. Dabei spürte ich den brennenden Schmerz ihrer Kugeln wie den Schmerz von Peitschenschlägen. Als ich das Bewusstsein verlor, wusste ich nicht genau, ob ich sie niedergekämpft hatte. Wie aus weiter Ferne hörte ich noch einen Schuss. Dann schien ich in bodenlose Tiefen zu versinken. Nicht mal mehr an Jamie vermochte ich zu denken. Der Schmerz brachte mich schnell in die Wirklichkeit zurück. Er hämmerte in meinem Kopf böse, gnadenlos. Als ich die Augen öffnete, schien das Licht in meinem Kopf zu explodieren. Ich stöhnte. Doch dann hörte ich Jamie sagen, »Lass dir Zeit mit dem munter werden, Kleid. Ich hab dir gut unter Kontrolle. Diese Stinker bringen nicht mehr viel.« Ich hörte an ihrer Stimme, dass sie sich sicher fühlte. Und so ließ ich mir wirklich Zeit. Erst nach einer Weile setzte ich mich auf und fühlte nach meinem Kopf. Da war eine Wunde. Mein Haar war mit Blut verklebt. Ich stieß einen grollenden Ton aus und sah mich um, in der sich mir den blutenden Kopf hielt. Einer lag wie tot am Boden, der, der auf mein Pferd gefeuert hatte und den meine erste Kugel traf. Jamie stand dicht neben ihm und hielt sein Gewehr im Hüftanschlag. Einen Spencer-Karabiner, mit dem man sieben Kugeln abfeuern konnte. Wahrscheinlich war sie es gewesen, deren Schuss ich zuletzt gehört hatte. Sie musste das Gewehr blitzschnell an sich gebracht und geschossen haben. Die drei anderen Kerle hockten am Boden, allesamt so schlimm angeschossen, dass sie nicht mehr kämpfen konnten. Sie stöhnten, bluteten und waren nicht richtig bei Sinnen. Ich sah Jamie an und nickte ihr zu. Auf wen hast du geschossen? Mit dem Gewehrlauf deutete sie auf den Deserteur mit den Hosen der US-Kavallerie. Auf den da, erwiderte sie. Ich konnte ihn nicht nochmal auf dich schießen lassen. Ich erhob mich schwankend und ging zum nahen Creek. Mit meinem nassen Halstuch begann ich meine Wunde zu kühlen und mir das Blut aus dem Haar zu waschen. Einer der beiden Indianer sagte in recht gutem Englisch, »Ihr müsst unsere Wunden versorgen. Wir verbluten. Es ist eure Christenpflicht, uns nicht verrecken zu lassen.« Ich fragte grollend zurück, »Wieso glaubst du denn, du Stinker, dass wir Christen sind?« In mir war tiefste Bitterkeit. Böser Zorn und Rachewünsche beherrschten mich. Sie hatten mich umbringen wollen, um Jamie für sich zu haben. Was hätten sie alles mit ihr gemacht? Diese Kerle waren der letzte Dreck dieser Erde. Aber dieser Indianer redete von Christenpflicht. Jamie kam zu mir und brachte unseren kleinen Verbandskasten. »Ich habe sie entwaffnet,« sagte sie. »Die sind ziemlich abgebrannt, haben kaum noch Proviant und Munition. Die mussten Beute machen wie ein hungriges Wolfsrudel. Der Halbblutmann ist tot. Dem hast du deine erste Kugel ins Herz gejagt. Deshalb kam ich so leicht an sein Gewehr.« Ich begriff, dass sie reden musste. Dadurch löste sich der Schock bei ihr, während sie meine Wunden behandelte. Ich hatte noch zwei andere Streifhunden, eine schräg über den Schulterblättern, eine zweite am rechten Oberarm. Was hatte ich für Glück gehabt. Jede der drei Kugeln hätte mich töten können. Ich hörte Jamie sagen, »Obwohl wir uns auf unsere Flucht in die Berge zurückgezogen haben, gewissermaßen in eine andere Welt, kamen diese vier Hundesöhne an. Da hätten wir ebenso gut unter Menschen in der sogenannten Zivilisation bleiben können, oder?« Sie hatte recht. Das Schicksal konnte uns überall von Gewalttätigkeiten verschonen oder auch nicht. Mein Kopf schmerzte höllisch, obwohl Jamie die Wunde wirklich gut versorgt hatte. Sie hatte mir zu beiden Seiten der Furche die Haare abrasiert und die Wundränder zusammengedrückt. Ein Pflaster darüber, das war fast so wirksam, als würde es genäht. Ich stöhnte immer wieder vor Schmerz, besonders dann, wenn sie aus unserer Schnapsflasche einen Schuss auf die Wunde gab. »Morgen werde ich wieder reiten können, mein Engel. Wir verschwinden von hier. Ich muss jetzt wieder langlegen und schlafen. Kannst du die Kerle unter Kontrolle halten?« Es war noch grauer Morgen, als ich erwachte. Ein Stück weiter weg hörte ich Stimmen. Einer der verwundeten Kerle sagte, »Hey, Puma-Katze, bring uns Wasser vom Creek. Wir verdursten und sterben, wenn du uns nicht hilfst. Wie kann man so schön und so mitleidlos sein?« Ich hörte Jamie erwidern, »Kriech zum Wasser oder verreckt.« Sie war hart und kannte keine Gnade. Wer konnte ihr das verdenken? Wahrscheinlich dachte sie daran, was diese Kerle mit ihr angestellt hätten, wenn sie ihnen ausgeliefert gewesen wäre. Ich setzte mich auf. Mein Kopf benahm sich manierlich. Erst als ich stand, schien sich die Erde mit mir zu drehen. Ich verharrte schwankend. Dann wurde es besser. Das Pochen und Hämmern im Kopf ließ nach. Einige Meilen würde ich reiten können. Wir wollten weg von den Kerlen und würden auch ihre Pferde mitnehmen. Das war sicherer. Ich tastete nach meinem Revolver. Er war im Holster. Jamie hatte ihn gewiss geladen und dorthin getan. Sie war ein guter Partner. Sie trat zu mir, immer noch das Gewehr unterm Arm, im Gürtel einen Colt. Wahrscheinlich hatte die Waffe einem der Kerle gehört. »Soll ich noch Frühstück machen?« fragte sie. Nein, sobald ich unsere Pferde fertig habe, reiten wir. Dann machte ich mich an die Arbeit. Zuerst musste ich unsere sieben Sachen mit Hilfe der Zeltplane zu einer Packlast verschnüren und mit Diamantschlingen auf das Packtier schnüren. Das Bücken bereitete mir Kopfschmerzen. Ich fürchtete mich vor dem Reiten. Denn obwohl wir wie Cowboys ritten, also mehr in den Steigbügeln standen, als im Sattel saßen und deshalb viel abfedern konnten, würde ich bald das Gefühl bekommen, dass meine Schädeldecke sich lösen wollte. Aber ich musste mit Jamie weg. Denn es konnte durchaus sein, dass die vier Kerle zu einer größeren Bande gehörten und noch mehr von ihnen ankamen. Die Sonne war schon hoch, als wir endlich aufsaßen und davonritten. Die Flüche der Kerle folgten uns, denn wir hatten sie ja nicht nur entwarfnet, sondern trieben auch ihre Pferde fort. Vielleicht verurteilten wir sie damit zum Tod. Aber wenn nur einer von ihnen reiten konnte, würde er vielleicht Freunde oder Kumpane hinter uns her schicken. Dann würde sich jede Christenpflicht als pure Dummheit erweisen. Als wir eine Meile weit geritten waren, wäre ich am liebsten wieder abgesessen und hätte mich lange auf den Boden gelegt. Doch wir würden noch weit reiten müssen und dann mussten wir ein gutes Versteck finden, von dem aus wir das Land übersehen konnten. Wir durften nicht blind in einem Loch hocken. Wir ritten langsam im Schritt. Auf einmal sagte Jamie, wir reiten bis zur nächsten Postlinie und fahren weiter bis nach Kansas City. Auf jeden Fall, aber bis zu Missouri. Ich erwiderte nichts. Mein Kopf hämmerte zu sehr. Etwa drei Wochen später kamen wir nach Kansas City. Natürlich machten wir uns weiterhin Sorgen wegen Big John Donovans Rache. Wir waren ziemlich sicher, dass seine Männer nach uns suchten und alle Wege, Ortschaften und Städte bewachten. Denn irgendwo würden wir ja auftauchen müssen. Damit konnten sie rechnen. Big John Donovan, dessen Sohn von Jamie am Spieltisch klein gemacht wurde und dem ich dann die Schulter zerschoss, hatte genügend Geld, Macht und Möglichkeiten. Der konnte einige Dutzend Kopfgeldjäger nach uns suchen lassen, wenn das Kopfgeld nur hoch genug war. Kansas City war zum großen Ausfalltor nach dem Westen geworden. Hier war der Start für all die vielen Wagenzüge der Siedler und Landsucher. Alles wollte jetzt nach dem Krieg nach Westen. Dort gab es freies Land. In Colorado fand man Gold. Und auch der Wagenweg nach Kalifornia und der sogenannte Oregon Trail begannen hier. Überall wimmelte es von Menschen. Jamie und ich besaßen zusammen etwa 15.000 Dollar. Was würden wir damit anfangen? Jamie würde erst bei 100.000 genug haben. Doch es würde schon ziemlich schwer sein, hier in diesem Hexenkessel die 15.000 Dollar zu behalten. Wir bekamen ein Zimmer im Imperial Hotel. Wir konnten das Geld nicht immerzu in der Reisetasche mit uns herumschleppen. Auch mein gefüllter Geldgürtel war in jedem Gedränge leicht zu erfüllen. Es gab reichlich Taschenhebe, die überall nach Beute suchten. Auch im Hotelzimmer durften wir das Geld nicht aufbewahren und würden wir es in den Hotel-Safe tun, wussten einige Asker erst recht bald über unser Vermögen Bescheid. Gar nicht so einfach und ungefährlich. Aber was wollten wir hier überhaupt? Nun, zuerst erlassen wir ein prächtiges Abendessen, das uns jedoch wahrscheinlich nur deshalb so prächtig vorkam, weil wir unterwegs bei all den vielen Poststationen mehr oder weniger nur üblen Fraß bekommen hatten. Wir waren müde und steif von der langen Reise. Jamie und ich gingen früh zu Bett. Das Zimmer lag im oberen Stockwerk. Wir ließen das Fenster offen. Vom Fluss her kam die frische Nachtduft herein. Ich liebte diesen Flussgeruch sehr. Er gehörte für mich stets zum Gefühl von Freiheit. Durch das offene Fenster hörte ich noch eine Weile all die vielen Geräusche eines Flusshafens. Schiffe wurden beladen oder entladen. Dampfwinden fauchten, Lademasten quietschten, Betrunkenen torkelten grölend über die Hafenstraße. Jamie lag in meinem Arm wie ein unschuldiges Kind. Der Mond leuchtete in unser Zimmer. Was würde aus uns werden? Jamie wollte bei hunderttausend Dollar aufhören. Wann und wie würden wir zu diesem Vermögen kommen? Bei all diesen Fragen schlief auch ich ein. Es war etwa drei Stunden nach Mitternacht, als ich erwachte. Jamie hatte sich aus meinem Arm geholt und schlief fest. Ich hörte es an ihrem Atem. Aber ich hörte auch noch etwas anderes und begriff, dass mich dieses Geräusch geweckt hatte. Im Unterbewusstsein nahm wie es wahr. Das Geräusch kam vom Fenster her. Ein Kratzen und Schaben. Im Hafen am Fluss war es still geworden. Deshalb konnte ich das Geräusch gut hören. Ich erhob mich und trat von der Seite her zum Fenster und kam im genau richtigen Moment dort an. Denn ein Mann, der an der Hauswand emporgeklettert war, wollte sich über die Fensterbank ins Zimmer schwingen. Ich schlug ihm meine Faust in den Nacken. Er fiel mir vor die Füße und bewegte sich nicht mehr. So voll und schwer hatte ich ihn getroffen. Inzwischen war Jamie aufgewacht und fragte »Kleid, seit wann redest du im Schlaf?« Sie zündete die Lampe an und kam dann aus dem Bett, um sich mit mir den Kerl anzusehen. Der begann sich zu regen. Zuerst stöhnte er, dann setzte er sich auf, wobei er sich das Genick rieb. Ich hatte ihn inzwischen entwaffnet. Er hatte einen Colt, einen kleinen Derringer bei sich und in einer Nackenscheide drei dolchartige Wurfmesser, eine ziemlich gefährliche Viper. Groß und stark war er nicht, eher schmächtig, doch zäh und drahtig. Solche Burschen wurden oft mit Schwergewichten fertig, weil sie schneller waren und üble Tricks beherrschten. Er starrte zu uns empor. »Na gut, man kann nicht immer Glück haben. Was nun?« Seine kühle Frage ließ etwas in mir klingeln. »Ja, es war Alarm in mir. Der war nicht einfach nur eine Hafenratte, nein. Dieser Bursche hier war ein Killer. Ich war mir plötzlich völlig sicher. Und so fragte ich lässig einer plötzlichen Eingebung nachgebend, »Wie viel will Big John Donovan denn für unsere Skypes zahlen?« Der Mann rieb immer noch seinen Nacken. Längst schon hatte er nach seinen Wurfmessern gefühlt und diese sehr vermisst. »Sie sind ein schlauer Bursche, Clyde, Jates. Donovan zahlt 5000 Dollar für euren Tod, aber 10.000, wenn man euch Leben zu ihm schafft. Doch das wäre wohl jetzt zu mühsam.« Ich nickte. »Na gut, damit wäre unsere kleine Plauderei beendet. Bist du freiwillig aus dem Fenster springen oder muss ich dich rauswerfen? Er erhob sich langsam, setzte sich rücklinks aufs Fensterbreit. Sein Blick fiel auf Jamie. Sie hatte sich am Vortag ein Nachthemd aus Seide und einige andere Dinge gekauft. Da die Lampe hinter ihr leuchtete, konnte man ihren Körper durch das Seidenhemd schimmern sehen. Der Mann leckte sich die Lippen. »Oh, Jates, was hast du für ein Glück, wenn die im Bett so gut ist, wie sie aussieht?« Weiter kam er nicht, denn ich stieß ihm wütend die Forst ins Gesicht. Er kippte rücklinks aus dem Fenster. Was ging ihm das an? Ich beugte mich aus dem Fenster und sah ihn unten liegen. Offenbar war er ziemlich hart aufgeprallt, deshalb blieb ihm die Luft weg. Aber nach einer Weile bewegte er sich und hinkte krumm und schief davon. Vielleicht hat er sich was gebrochen oder verrenkt. Aber eigentlich war er gut davon gekommen. Ich hätte ihn auch töten können. Als ich mich ins Zimmer zurückwandte, stand Jamie immer noch so da wie vorhin. Ihr makelloser Körper schimmerte verführerisch durch das Seidennachthemd. Sie sagte, »Donovans Killer sind als immer noch hinter uns her.« »So ist es. Komm wieder ins Bett. Wir dürfen uns nicht in Angst und Schrecken jagen lassen.« Die Nacht, dort draußen über dem Fluss, begann allmählich zu sterben. Jamie lag wieder in meinem Arm. Sie zitterte nicht mehr. Sie zitterte Beim Frühstück überlegten wir, was wir tun sollten. Wir wussten jetzt, Donovans Kopfgeldjäger waren in der Stadt. Wir kannten nur einen, aber es waren sicher mehr. Sollten wir uns wieder mit Pferden und Ausrüstung versorgen und in die Einsamkeit reiten? Hinaus auf die Kansas Prairie? Wir kamen zu einem anderen Entschluss. Wir wollten mit einem Steamer weg. Die Richtung war uns egal. An den Landebrücken lagen überall Dampfboote. Manche waren reine Frachtschiffe, andere Saloondampfer, schwimmende Amüsierpaläste. Wir kamen an eine Landebrücke, vor der eine Ansammlung von Männern wartete. Das Dampfboot war nicht sehr groß. Es hatte zwei Schornsteine und ein Schaufelrad am Heck, wahrscheinlich ein Boot, das den oberen Missouri befuhr. Für Seitenraddampfer war der zu gefährlich. Es trieben immer wieder Bäume abwärts, wenn so ein Baumstamm in eines der Schaufelräder geriet, kam es schnell zu einem Unglück. Deshalb benutzte man für den oberen Missouri stets Heckschaufelraddampfer mit einem löffelartigen Bug, der auf Hindernisse eher aufschwamm, als sie zu rammen. Wir hielten an. Die wartenden Männer wandten sich uns zu und betrachteten uns unfreundlich. Verdammt, schon wieder Interessenten, murrte eine. Das wird heute ziemlich teuer für einen von uns. Ich begriff seine Worte nicht sofort, aber dann sah ich das kleine Plakat an der Holztafel. Versteigerung der Miss Sally am 18. August 1867 um 10 Uhr vormittags. Damit war alles klar für mich. Ich sagte zu Jamie, dieses Dampfboot soll in wenigen Minuten versteigert werden. Die Miss Sally ist beladen, wie du am Tiefgang siehst, was sie wohl kosten wird. Einer der Männer, die in der Nähe standen, der die Kleidung eines Schiffsmannes trug, er mochte Lotse, Steuermann oder gar Kapitän sein, wandte sich uns zu. Viel Geld, sagte er. Das Boot ist voll Ware für das Goldland in Montana. Dort zahlen die Goldgräber schon für einen Hufnagel irrsinnige Preise. Es sollen noch drei Klaviere an Bord sein, doch von zehn Booten kommen nur drei bei Fort Benton an. Die anderen schnappen die Indianer oder der verdammte Fluss vernichtet sie auf irgendeine Art. Aber wer eine Ladung durchbringt, der kann hunderttausend Dollar oder mehr verdienen. Es geht los. Man ließ nun die wartende Ansammlung auf das Schiff. Ich sah Jamie an. Hunderttausend Dollar, sprach sie, und in ihren dunklen Augen war ein Funkeln. Hast du das gehört, Kleid? Hunderttausend Dollar? Ist das kein Zeichen des Schicksals? Wollen wir? Sind wir keine Spieler? Doch, das sind wir. Spieler und Glücksjäger. Gehen wir an Bord und sehen wir es uns an. Wir folgten den Männern an Bord. Es gab zwischen dem Sturmdeck, auf dem das Ruderhaus stand, und dem Hauptdeck ein Kabinendeck mit einem Dutzend Kabinen auf jeder Schiffseite. Man konnte sie einzeln von außen betreten. Von innen führte jede zu dem zwischen ihnen liegenden Saloon einem engen Schlauch, gerade ausreichend für eine lange Reihe von Tischen und Stühlen. Hier wartete der amtliche Versteigerer. Er hatte einen Protokollführer und einen Deputy der Stadtpolizei dabei. Der Auktionator klopfte mit einem Hammer auf den Tisch und sagte halblaut, »Ich führe jetzt die Versteigerung der Miss Sally durch. Gentlemen, Ladies und Gentlemen, die Miss Sally ist ein sehr gut erhaltenes Schiff. Der Wert der Fracht beträgt laut Einkaufslisten etwas über 17.000 Dollar. Sie wissen sicherlich, dass man oben im Goldland den zehnfachen Preis erzielen kann.« »Wenn man durchkommt«, rief eine Stimme laut. und eine andere Stimme sagte warnend, »Setzen Sie den Preis nicht zu hoch an Mr. Chandler, sonst lohnt sich das Risiko nicht.« Beide Sprecher erhielten nun heftige Zustimmung. Der Versteigerer grinste. Er war ein fuchsgesichtiger Mann mit wenigen Haaren auf dem Kopf. »Schiff und Ware müssen zumindest 25.000 Dollar bringen«, verkündete er. »Wer also bietet mehr?« Ich blickte Jamie von der Seite an. »So viele haben wir nicht«, sagte ich. »Selbst wenn wir wollten, könnten wir nicht. Gehen wir.« Aber sie wollte noch nicht gehen. Ihre Nasenflügel vibrierten, als bekäme sie eine besondere Witterung. Indessen war man bei 30.000 Dollar. Jetzt ging es langsamer, man erhöhte jetzt nur noch um jeweils 100 Dollar. Der Mann, der vorhin an der Landebrücke mit uns sprach, sah uns an. »Hatten Sie wirklich Interesse?« so fragte er. Jamie nickte. »Aber nicht genug Geld«, sagte ich. »Und wenn wir zusammenlegen?« »Ich heiße Blenhardt.« »Kapitän Sam Blenhardt.« »Ich habe im Mai mein Boot dicht hinter der Yellowstone-Mindung verloren, und weil die Kessel platzten. Wenn wir Partner werden, fällt für jeden von uns genug ab.« »Und warum wären gerade wir Ihnen als Partner reicht?« Er grinste uns an. »Weil ihr mir nicht reinreden könntet, was die Führung des Schiffes betrifft.« Er war ehrlich, das musste man ihm lassen. »Aber wenn wir 15.000 Dollar von unseren 17.000 einsetzten, konnten wir diesen Einsatz mehr als verdreifachen.« »Wir machen es«, sagte Jamie. »Mister, wir sind mit 17.000 Dollar.« »Nein, mit 15.000«, unterbrach ich sie. »Also, wir sind mit 15.000 Dollar dabei«, sagte sie. Da wandte sich Sam Blenhardt dem Versteigerer zu, der nun bei 30.700 Dollar angekommen war. »Wir bieten 31.000«, sagte er laut genug. Es bot niemand mehr höher. Und so hatten wir die Miss Sally ersteigert. »Heiliger Rauch! Wir hatten einen Missoui-Stimmer ersteigert, der vollgeladen war mit Handelsware. Ihr bisheriger Eigner, der zugleich auch Kapitän war, das wegen Betrugs im Gefängnis. Es ging dann alles sehr schnell. Denn Kapitän Sam Blenhardt war ein erfahrener Mann, der sich auskannte. Die ursprüngliche Besatzung der Miss Sally hatte in einer Kneipe an Land nur darauf gewartet, dass das Dima einen neuen Eigentümer bekam. Wir machten am späten Mittag die Leinen los. Passagiere waren an Bord gekommen, alle Kabinen waren belegt. Jamie und ich bewohnten die sogenannte Kapitänskabine ganz vorne auf dem Kabinendeck. Sam Blenhardt machte da keine Schwierigkeiten. Blenhardt war ein harter Bursche, so zwischen 35 und 45, der sich von ganz unten heraufgearbeitet hatte. Hager, mittelgroß, mir war klar, dass der ein paar Tricks kannte, die mir unbekannt waren. Deshalb würde ich aufpassen müssen. Die Besatzung bestand aus zwölf Mann. Dazu gehörten auch der Koch und der Kabinenstuart. Sie alle waren typische Rivermen, hartgesottene, primitive Burschen, nur auf ihren Vorteil bedacht. Als die Miss Sally mitten im Strom war und mit etwa sechs Meilen die Stunde gegen die Strömung ankämpfte, gingen wir zum Ruderhaus hinauf. Sam Blenhardt wollte das Dampfboot ausprobieren und das richtige Gefühl dafür bekommen, wie man mit der Miss Sally umgehen musste. Er nickte uns kurz über die Schulter hinweg zu und sah dann wieder nach vorn, über den löffelartigen Bug hinweg, den Strom hinauf. Sie liegt gut am Ruder, ein gutes Schiff, sagte er. Ich kann das spüren, sie vibriert nicht mehr, als es sein soll. Mit der schaffen wir die 2200 Meilen bis nach Fort Benden. Ich staunte. Es würde eine sehr lange Reise werden. Blenhardt wandte sich an Jamie. Wollen Sie mal, Jamie? Ich darf doch Jamie sagen, oder? Wir sind Partner und nun aufeinander angewiesen. Jamie nickte. Dann trat sie ans Ruderrad. Blenhardt musste ihr nicht viel helfen, sie hatte es schnell heraus, wie man die Miss Sally gegen die Strömung ansteuern musste, damit sie nicht herumgedrückt wurde. Der Missouri hatte um diese Jahreszeit weder hoch noch nie durch Wasser. St. Blenhardt sah mich wieder einmal abschätzend an. Aus Ihnen werde ich nicht richtig schlau jetzt, sagte er nach einer Weile. Zuerst hielt ich Sie für einen typischen Spieler, aber ich kann wittern, dass mehr in Ihnen steckt. Ich wette, dass Sie ein Rebellenoffizier waren und Sie kommen aus Tennessee oder Kentucky. Wahrscheinlich sind Sie verdammt schnell mit dem Colt. Ich grinste nur als Antwort. Aber er hat auch keine erwartet. Er deutete nach unten. Wir haben ein paar böse Pilger an Bord, sprach er weiter. Auch einige Burschen der Mannschaft gefallen mir nicht besonders. Nur eines kann ich jetzt schon sagen. Wir haben Glück mit dem Wasserstand, das hilft uns sehr. Bei Hochwasser kommen Baumstämme herunter, die uns schnell ein Riesenloch in das Boot stoßen können. Wir müssen hinter Omaha und Sioux City mit feindlichen Indianern und Flusspiraten rechnen. Es wäre mir schon recht, wenn Sie ein Revolvermann wären, Yates. Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, Blenard, murmelte ich. Wir schwiegen dann lange und verharrten hinter Jamie, der das Steuern des Schiffes viel Freude bereitete. Nach etwa einer halben Stunde ließ sie auch mich mal ans Ruder. Ich hatte während des Krieges schon Dampfboote gesteuert. Die Miss Sally bekam ich schnell in den Griff. »Aha«, sagte Sam Blenard. »Sie kennen sich also auch mit Dampfbooten aus, Yates?« Ich grinste nur schmal. Es war ein schönes, gutes und befriedigendes Gefühl, solch ein Dampfboot über den mächtigen Strom zu steuern. Deshalb blieb ich noch am Ruder, als Jamie nach unten ging. Nun waren Sam Blenard und ich allein im Ruderhaus. »Eine schöne und sehr begehrenswerte Frau ist sie«, sagte er. »Aber auch eine Spielerin und Glücksjägerin. Ich war auch mal mit solch einem Vollblutweib zusammen.« »Was wollen Sie mir damit sagen, Blenard?« Er schnaufte. Dann sagte er, »Auf solche Frauen ist kein Verlass. Sie können nicht leben und sind gierig nach Reichtum. Wenn Sie merken, dass nichts mehr weitergeht, können Sie einen Mann fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Sie ist zu gierig nach Beute. Ihr habt das schon bei der Versteigerung gemerkt. Sie hat etwas gewittert und sie wird immer wieder etwas wittern. Ich überließ ihm das Ruder und ging nach unten. Wahrscheinlich hatte er Jamie richtig beurteilt. Als ich nach unten in den Saloon des Kabinendecks kam, saßen dort schon einige Pokerrunden zusammen. Wir hatten 40 Kabinenpassagiere an Bord, dazu einige Dutzend Deckpassagiere. Ich sah Jamie inmitten einer der Pokerrunden mit vier Männern am Tisch, von denen jeder so aussah, als könnte er ohne auch nur mit der Wimper zu zucken tausend Dollar verlieren. Jamie war eine Spielerin und offenbar war sie die Gewinnerin. Sie hatte nur ein paar hundert Dollar in ihrer Tasche. Das andere Geld hatte ich. Doch vor ihr lag bereits eine Menge Geld. Sie musste zumindest einen dicken Topf gewonnen haben. Einen Moment lang sah sie mich über ihre Karten hinweg schräg nach oben an. Es war ein triumphierendes Funkeln in ihrem Blick. Ihre Nasenflügel vibrierten wieder so wie bei der Versteigerung, als sie die Beute witterte. Schlagartig wurde mir klar, dass Jamie süchtig war. Die ganze Zeit, als wir auf der Flucht waren und in der Einsamkeit der Berge lebten und dann mit der Postkutsche durch Kansas fuhren, hatte sie gewissermaßen abstinent leben müssen. Doch jetzt hatte sie es wieder gepackt. Und wenn sie im ehrlichen Spiel nicht gewinnen konnte, dann würde sie es mit einem ihrer Kartentricks versuchen. Ihre Hände und Finger waren wie die einer Zauberin. Ich hatte ja schon mit ihr am Spieltisch gesessen und verloren. Dann hatte ich ihr, weil sie so schön und begehrenswert war und ich sie für mich haben wollte, beim Davonkommen geholfen. Ich musste dem Sohn eines mächtigen Mannes in die Schulter schießen. Ab da waren wir auf der Flucht. St. Blennart hatte sie richtig beurteilt. Nichts konnte sie jetzt vom Spieltisch wegbringen. Noch einige Male sah sie mich triumphierend an. Sie erwartete, dass ich ihr Tun respektierte. Und wenn es notwendig werden sollte, erwartete sie Schutz. Ich setzte mich an den Nachbartisch und beobachtete Jamie und die anderen Spieler. Das Schiff vibrierte im Strom, von Achtern her kam das fortwährende Klatschen und Rattern des Schaufelrads. Dennoch hörte ich fast jedes Wort am Nebentisch. Als einmal Karten gemischt und ausgeteilt wurden, sagte einer der Männer, »Eine so schöne Frau und so viel Glück im Spiel. Wie ist denn das mit der Liebe, Lady?« »Bestens, Mister, bestens«, erwiderte sie. »Ich muss Sie warnen, Gentlemen, gegen mich kann kein Mann gewinnen.« »Das werden wir noch herausfinden,« sagte ein anderer Spieler. »Mein Name ist Johnny Farlow. Ich habe ein halbes Dutzend Goldminen, Montana. Ich kann es mir leisten, an eine schöne Frau zu verlieren, wenn sie mir dafür nur ein Lächeln schenkt.« Jamie sah ihn fest an. »Vielleicht würde ich Ihnen all Ihre Goldminen abgewinnen,« sagte sie lächelnd. »Riskieren Sie nur nicht zu viel, Mister Johnny Farlow.« Die ganze Runde lachte. Dann sahen sie in ihre Karten und begannen zu bieten. Ich beugte mich etwas vor, um diesen Johnny Farlow besser betrachten zu können. Er war ein löwenhaft anmutender Bursche, von der Sorte, die man nicht vergisst, die alles in die Ecke drückt und sich nimmt, was sie will. Plötzlich wusste ich, dass ich es mit ihm zu tun bekommen würde. Ich betrachtete auch die drei anderen Spieler noch einmal eingehend, wenn auch so unauffällig wie möglich. Sie waren alle keine jungen Burschen mehr, sondern Männer, die es zu etwas gebracht hatten. Aber keiner dieser drei Männer war so gefährlich wie dieser Johnny Farlow. In mir kam ein bitterer Zorn hoch. Von Jamie war ich enttäuscht. Weil sie so schön und begehrenswert war, weil sie sich in der Einsamkeit der Berge als gute Gefährtin erwies, hatte ich sie für wertvoller gehalten, als sie war. Aber sie war eine süchtige Spielerin. Ich ging hinaus. Als ich an Jamies Tisch vorbeiging, tauschten wir einen schnellen Blick. Ich hörte sie sagen, »Ich halte die 100 Dollar und erhöhe um 200.« Draußen an Deck lehnte ich mich an die Reling und genoss den Wind, der in meinen Haaren und in meiner Kleidung zerrte. Es würde eine helle Nacht mit einem vollen Mond und vielen Sternen werden. Ein Dampfboot kam uns talwärts entgegen. Als wir im Gegenverkehr einander passierten, rief eine gellende Stimme vom anderen Schiff herüber, »Oi, wie sind die Weiber in Kansas City?« Sie kam von einem Flussdampfer voller heimkehrender Goldgräber aus Montana, hungrig nach allen Sünden der Welt. Von der Miss Sally riefen nun unsere Deckpassagiere, »Seht euch nur vor, ihr Goldnasen! Die Weiber in Kansas City haben alle die verdammte Lustseuche!« Sie lachten unten auf dem Hauptdeck. Der Steward kam vorbei und sagte, dass es in einer halben Stunde Abendessen geben würde. Wenig später trat Jamie neben mich. »Ich habe fast tausend Dollar gewonnen,« sagte sie stolz. »Unser Kapital wächst?« Ich schwieg eine Weile. Sie trat in der zunehmenden Dunkelheit dicht an mich und umklammerte mit beiden Händen meinen linken Oberarm. »Wie stark du bist!« murmelte sie. Ich aber sagte, »Wenn dieser zweibeinige Löwe erst dahinter kommt, wie sehr du ihn und die anderen mit deinen Kartentricks ausnimmst, dann wird er dich haben wollen, so wie damals ich. Dann werde ich mit ihm kämpfen müssen und er ist kein kleiner Wicht.« »Ach«, sagte sie, »ich spiele ohne Kartentricks. Er kann sich keine Rechte auf mich erwerben, überdies ist das unser Schiff. Wir können ihn über Bord werfen, wenn er hier Ärger machen will, oder?« Ich begriff, es war nicht mit ihr zu reden. Sie war vom Spielfieber gepackt. Die Nacht blieb hell. Die Miss Sally fuhr weiter stetig den Strom hinauf mit etwa sechs Meilen Geschwindigkeit in der Stunde. Ich stand nach dem Abendessen wieder allein an der Reling des Kabinendecks. Dann und wann betrat ich den Saloon, ließ mir vom Stuart einen Drink geben, suchte meine Zigarre aus dem Sortiment und sah auf Jamie. Der ging es offenbar gut. Sie lächelte, ließ ihre ganze Ausstrahlung auf die vier Männer wirken und hatte offensichtlich immer noch Glück. Aber war es überhaupt Glück? Oder betrug sie mit ihren Fingern, die zaubern konnten? Ich fragte mich, wie lange sich die Männer von ihr ausnehmen ließen. Und wehe, wenn sie bei einem Trick erwischt wurde. Gewiss, wir waren die Schiffseigner, also die Hausherren, aber wir würden eine Menge Ärger mit den übrigen Passagieren bekommen. Auch wussten wir noch nicht, wie Kapitän Sam Blannard sich verhalten würde. Er hatte uns notgedrungen zu Partnern machen müssen, weil er unser Geld brauchte. Aber würde er ein fairer Partner sein? Ich wusste, Jamie verließ sich auf mich und auf meinen schnellen Colt. Bisher konnte ich sie stets beschützen, doch eines wusste ich genau. Kein Glück dauert ewig. Ich war voller Unruhe und wanderte eine Runde auf Deck. Der Wind tat mir gut, er machte den Kopf frei. Ich stieg den Niedergang zum Hauptdeck hinunter. Hier war überall Brennholz aufgestapelt. Die Dampfboote fuhren zu dieser Zeit noch nicht mit Kohle, es mussten gewaltige Mengen an Brennholz mitgeführt werden. In den Nischen zwischen den Brennholzstapeln hatten sich die Deckpassagiere auf den Planken ausgestreckt. Als sie nach vorn zum Bug gingen, musste ich immer wieder überschlafende Menschen hinwegsteigen. Vorn stand ein Decksmann der Besatzung und starrte den Strom hinauf. Wenn er Hindernisse auftauchen sehen sollte, würde er mit der Glocke Signale geben. Ich stellte mich eine Weile neben ihn. Er schielte mich einige Male von der Seite her an. Dann fragte er, Sie sind doch einer der Eigner, nicht wahr? Ich nickte stumm. Sie haben einige böse Pilger unter den Deckspassagieren, sagte er. Irgendwann werden wir mit denen Ärger bekommen. Die Mannschaft sollte bewaffnet werden, Sir, wieder nickte ich stumm. Dabei dachte ich an die Kopfgeldjäger, die Big Donovan auf uns setzte. Ob wir welche an Bord hatten? Verdammt noch mal, ich spürte irgendwie, dass etwas auf mich lauerte. Ich ging auf der Backbordseite des Schiffes nach Achtern. Auf dem Deckel der hinteren Nadeluke haupten zwei Männer. Sie zwei bullige und gewiss bärenstarke Burschen. Als ich zwischen ihnen und dem Brennholzstapel hindurch wollte, streckte einer das Bein aus und stemmte den Fuß gegen das Brennholz. Hey, du bist doch einer der nobelen Exzellenzen unserer Kabinenklasse. Der Weg nach Montana ist noch weit. Wir brauchen aber täglich eine Flasche Feuerwasser, sonst sind wir mieser Laune. Na, spendierst du uns was? Zwei primitive Kerle, dumm und frech, hatten mir gerade noch gefehlt. So sagte ich, ich bin ganz mieser Laune, von mir bekommt ihr was auf die Bumsköpfe spendiert. Da staunten sie zwei Atemzüge lang, dann warf der eine die noch halbvolle Flasche nach meinem Kopf. Der andere versuchte mich in den Unterleib zu treten. Ich entkam beiden Angriffen, indem ich den Kopf wegnahm und dabei einen Holzscheit ergriff, doppelt so dick wie ein Männerarm und gut einen halben Jahr lang. Ich traf den einen Kerl damit quer von der Seite her übers Gesicht. Dem anderen stieß ich das Ende gegen den Hals. Da lagen sie nun und konnten nicht mehr. Ich hatte große Lust, sie einfach über Bord zu werfen, doch ich widerstand meinem wilden Wunsch und ging weiter nach Achtern, bis ich so dicht am Schaufelrad war, dass mich die sprühenden Wassertropfen näßten. Es war ein gewaltiges ratterndes Platschen, ein Schäumen und Brausen. Dieses sich drehende Rad schien etwas Unaufhaltsames zu sein, zuverlässig und gewaltig stark. Ich ging zurück und erreichte wieder die beiden Kerle. Sie waren bei Besinnung, hockten am Boden, stöhnten und wimmerten. Als ich bei ihnen verharrte, starrten sie zu mir empor. Wollt ihr noch mehr? fragte ich. Ächzten sie. Ich ging weiter. In mir war durchaus ein Triumph, aber ich begriff, dass ich mich wie ein Primitiver abreagiert hatte. Meine miese Stimmung blieb. Es hatte sich nichts geändert. Als ich wieder zum Kabinendeck hochstieg, saß Jamie drinnen und spielte und zog einigen Männern, die ihre Schönheit und Ausstrahlung genießen wollten, die Hosen aus. Wieder dachte ich an den löwenartigen Johnny Farlow. Mein Instinkt warnte mich. Es war ein wachsames Vibrieren in mir. Ich betrat den Salon. An zwei Tischen wurde immer noch gespielt. Die meisten Passagiere waren in ihre Kabinen gegangen und hatten sich zur Ruhe gelegt. Ich sah, vor Jamie ein Haufen Geld lag. Die vier Männer wirkten jetzt irgendwie verbissen. Sie wollten sich nicht von einer Frau ratieren lassen, mochte diese auch noch so schön sein. Nun war alles zu einem richtigen Kampf um männlichen Stolz ausgeartet. Als ich mir in der Bar nochmals vom Steward einen Drink geben ließ, sah Jamie zu mir her und lächelte triumphierend. Ich war offensichtlich in dem Zustand, den siegreiche Spiele als höchstes Glück empfinden. Auch Tony Falo sah zu mir und ich wusste, dass er inzwischen herausbekommen hatte, dass ich der Mann war, zu dem Jamie gehörte. Es konnte durchaus sein, dass er nicht allein an Bord war. Männer seiner Sorte hatten zumeist Untergebene bei sich, zum Beispiel Leibwächter. Er war ein Boss, er sich Feinde machte und er hatte viel Geld dabei. Ich kippte den Drink und ging hinaus. Dabei warf ich noch einmal einen Blick auf Jamie und diesen Johnny Falo. Draußen trat ich an die Reling, ließ mir wieder vom Wind den Kopf kühlen. In mir war Müdigkeit. Verdammt, wie lange würde Jamie noch spielen? Links hinter mir wurde die Tür geöffnet. Ich blickte zur Seite und er kannte im Lichtschein Johnny Er hatte das Spiel unterbrochen und war mir gefolgt. Er trat neben mich und legte wie ich seine Unterarme auf die Reling und spuckte ins Wasser. Dann sagte er, der Steward hat mir alles für zehn Dollar berichtet. Ihr seid ein Pärchen auf der Jagd nach Beuter und dieses Schiff gehört euch zur Hälfte. Und? So fragte ich zurück. Er lachte leise. Sie betrügt, sagte er. Die beste Zauberkünstlerin mit einem Blatt Karten auf der ganzen Welt. Von mir allein hat sie schon mehr als 1000 Dollar gewonnen. Sind sie ihr Beschützer? Und wenn? fragte ich zurück und machte mich bereit. Wieder lachte er, nun unverkennbar drohend. Dann brauche ich sie nur über Bord zu werfen, um sie zu bekommen, sagte er mit brutaler Offenheit und lachte wieder. Doch sein Lachen war ein Bluff, der mich ablenken und täuschen sollte. Denn während er noch lachte, zog er von der Reling aus seine Linke zu einem Haken herum, der meinen Kopf treffen sollte. Der hätte mich wie einen Huftritt getroffen, aber ich nahm den Kopf weg. Falo taumelte gegen mich, getragen von der Wucht seines Fehlschlages. Er rannte gegen meinen Leberhaken und ich spürte von meiner Faust aus bis in den ganzen Arm hinein, dass er einen Körper wie aus Eisen hatte. Er umklammerte mich. Was war dieser Mann stark, ein zweibeiniger Löwe, voller Kraft und Wildheit. Ich versuchte, mich aus der Umklammerung zu befreien, doch es gelang mir nicht. Ich kämpfte dagegen an. Doch dann hob er mich an. Er drückte mich rücklinks über die Reling in einem wilden Ausbruch seiner gewaltigen Kraft. Ich hatte keine Chance. Entweder brach mir die Reling das Rückgrat oder ich gab nach und ließ mich rückwärts über Bord fallen. Als ich letzteres tat, ließ er mich einen Sekunden Bruchteil zu früh los. Denn schon rückwärts fallend warf ich meine Beine hoch. Mit den Knien geriet ich setzten Ich riss ihn mit mir über die Reling in die Tiefe. Er umklammerte mich noch im Fall wieder. Eng verschlungen tauchten wir unter. Nun kam es darauf an, wer von uns zuerst Duftmangel bekam. Denn wir ließen uns auch unter Wasser umklammert. Das wirbelnde Wasser des Schaufelrades warf uns umeinander. Die Strömung erfasste uns. Wir tauchten tief unter. Wie tief war der Missur hier? Diese Frage schoss mir durch den Kopf, während Johnny Farlo mich fest umklammert hielt. Ich bewegte mich ebenfalls nicht, verhielt mich völlig still und tat, als wäre ich ohnmächtig. Denn nur bei völliger Bewegungslosigkeit verbrauchte ich wenig Sauerstoff und konnte hoffen, dass Johnny Farlo auftauchen musste, bevor er mich ertrinken konnte. Ich wusste, wie man es lang unter Wasser aushalten konnte, wie man mit dem Luftvorrat in der Lunge umging. Wenn dieser Johnny Farlo kein besonders guter Taucher war, würde er mich nicht schlagen können. Überdies verbrauchte er Kraft, weil er mich umklammert hielt. Sekunden können zu Ewigkeiten werden. Ich wusste es längst. Diese endlosen Sekunden auf dem Grund der Strömung wurden die längsten meines Lebens. Ich begann meine Luft abzulassen durch einen Mundwinkel und in meinem Kopf waren plötzlich keine klaren Gedanken mehr. Der Sauerstoffmangel würde mich bald betäuben. Dann würde mein Mund unter Wasser gierig nach Luft schnappen, aber keine Luft, sondern Wasser in die Lunge lassen. Oh Vater im Himmel, wann gab Johnny Farlo endlich Aufwand, musste auch er Luft schnappen, wie lange dauert das noch? Ich wollte zu kämpfen beginnen, endlich versuchen, Johnny Farlos Umklammerungen Aber bald konnte ich nicht mehr. Alle Luft war aus mir heraus, der Sauerstoffmangel im Blut würde mir die Sinne nehmen, ja, ich würde ertrinken. Und da gab Johnny Farlo endlich auf. Er ließ mich plötzlich los und war weg. Gewiss kämpfte er sich nach oben, wie ich auch. Und als ich oben war, vielleicht waren es nur zwei bis drei Jards, die ich auftauchen musste, so rück ich die frische Luft ein. Ich legte mich auf den Rücken und ließ mich von der Strömung abwärts treiben. Allmählich wurde mein Hirn wieder klarer und ich konnte zu denken beginnen. Verdammt, ich war über Bord geworfen worden. Jamie fuhr ohne mich weiter nach Montana. Doch wo war Johnny Farlo? Diese Frage alarmierte mich endgültig. Ich warf mich von der Rücken in die Wasser zu ragen und sah mich um. Mond und Sterne warfen Silberlicht auf den Strom. War Johnny Farlo ertrunken? Ich schwamm mit ruhigen Stößen und Zügen an Land, kroch dann über den Ufersand bis zu einem Busch und blieb liegen. Verdammt! Was nun? Die Miss Sally war weg. Wenn Jamie noch lange am Spieltisch saß, würde sie mich so bald nicht vermissen. Niemand würde mich vermissen. Und wenn doch, kam Kapitän Sam Blannard gewiss nicht wieder zurück, um nach mir zu suchen. Aber wie war es mit diesem Johnny Farlo? Würde man nicht auch ihn vermissen? Wenn er nicht allein war, also irgendwelche Männer zu ihm gehörten, Leibwächter zum Beispiel, würden die vielleicht etwas veranlassen. Aber ich glaubte nicht, dass Kapitän Sam Blannard darauf eingehen würde. Diesem hartgesottenen Riverman hätte nichts Besseres passieren können. Ich war verschwunden, weg. Und nun hatte es nur noch mit Jamie zu tun. Er würde das ausnutzen, klar. Jamie war von ihm abhängig, Blannard konnte sie einfach von Bord jagen. Und oben in Montana bei Fort Benton gab es kein Gesetz. Fort Benton war kein Armee fort, sondern von Händlern errichtet, die mit den Indianervölkern und den Trappern Handeltrieben bis nach Kanada hinüber. Wenn Jamie ihren Anteil am Schiff und an der Ladung behalten wollte, musste sie sich Sam Blannard ergeben. Sie war eine leichte Beute für ihn. Dass er sie gerne gehabt hätte, hatte ich ihm sofort angesehen. Ich fluchte in Gedanken, aber ich war machtlos. Verdammt am liebsten hätte ich meinen heißen Zorn hinausgebrüllt. Die Nacht hier so dicht am Fluss war kühl. Man müsste ein Feuer haben, sich wärmen und die Kleidung trocknen. Ich begann meine Taschen zu durchsuchen. In meinem Schulterholz da steckte noch der Colt. Um den Leib auf der bloßen Haut trug ich noch den Geldgürtel, in dem sich mehr als 500 Dollar befanden. Ich besaß ein Messer, eine silberne Uhr, die jetzt unbrauchbar war, und in einer flachen Silberdose hatte ich Schwefelhölzer. Ich begann trockenes Holz zu suchen. Bald hatte ich ein Feuer entgang, das mich wärmte und meine nasse Kleidung trocknete. Es wurde langsam Tag, ich verspürte Hunger. Vielleicht konnte ich mit meinem Colt im Wald ein Wild erleben. Es gab gewiss Wildenden am Fluss. Immer wieder dachte ich an Jamie, an die Miss Sally, Kapitän Sam Blennert und an Johnny Farrow. Letztdauer hatte eine Menge kaputt gemacht und dennoch nicht gewonnen. Wenn er nicht ertrunken war, saß er jetzt irgendwo in der gleichen Patsche wie ich. Vielleicht war er auf der anderen Seite des Strom an Land gegangen oder weiter Strom abwärts. Ich begann meinen Colt zu überprüfen, nahm die Trommel heraus und untersuchte die Ladungen in den Sechskammern. Vielleicht hatte das Wasser die Ladungen noch nicht unbrauchbar gemacht und das Ding würde losgehen. Die Tasche mit den Zündhütchen, den Bleikugeln und auch die Pulverflasche lagen in der Kabine auf der Miss Sally. Es konnte sein, dass mein Colt nicht losging. Es würde eine Art Glücksspiel sein. Vielleicht würde ich versuchen, ein Als ich mich im grauen Morgen umsah und noch nicht wusste, ob ich strom aufwärts oder strom abwärts gehen musste, da sah ich ihn kommen, Johnny Farlow. Er bewegte sich leicht wie eine Raubkatze. Ich stand beim Feuer im grauen Morgenlicht und sah ihn bewegungslos entgegen. Würden wir jetzt weiter kämpfen, bis einer von uns erledigt war oder tot? Er trug ein Bündel in der Hand. Als er nahe genug war, erkannte ich, dass es Fische waren, durch deren Mäuler und Kiemen er eine dünne Weidengärte gezogen hatte. Er kam näher und näher, bis wir uns nur durch das Feuer getrennt gegenüber standen. Eine Weile starrten wir uns an. Dann warf er die Fische dicht vor dem Feuer zu Boden. Ich habe kein Messer bei mir, um sie auszunehmen. Hast du eins? Ich schwieg noch. Da grinste er. Er sagte, als ich das Feuer sah und dann noch an einem Tümpel vorbeikam, entdeckte ich die Fische darin. Da dachte ich gleich an unser Frühstück. Hey, ich will Frieden. Wir sind jetzt hier aufeinander angewiesen. Ich bin kein Nahrer, der jetzt noch kämpfen will. Ich wollte die schöne Frau haben und dich aus dem Wege jagen, aber sie ist weg. Halten wir lieber zusammen. Er grinste blitzend im frühen Morgen. Im Osten blinkten die ersten Lichtblitze der aufgehenden Sonne über den flachen Hügeln. Ich begann ihn zu begreifen. Er war ein sehr praktisch denkender Bursche ohne Rachsucht. Und wenn es nichts zu gewinnen gab, kämpfte er nicht. Wahrscheinlich war es wirklich so, dass wir jetzt zusammen halten mussten. Denn wir waren in diesem Land hier am Strom Schiffbrüchige. Wir besaßen keine Ausrüstung, nichts, gar nichts. Und so begann auch ich zu grinsen. Mann, sagte ich, du bist ein komischer Vogel. Warum bist du eigentlich nicht ersoffen? Das möchte ich dich auch fragen, erwiderte er und grinste zurück. Ich musste dich loslassen, deinem früheren Leben vielleicht ein Biber? Wie konntest du nur so lange unter Wasser bleiben? Ich zog mein Messer. Es war ein Klappmesser, aber es war scharf wie ein Rasiermesser. Man konnte damit auch einen Mann umbringen. Als ich um das Feuer herum zu den Fischen ging, spürte ich, wie Johnny Fahler sich lauernd anspannte und für alles bereit war. Er sah auch den Revolver an meinem Schulterholster und fragte sich, ob das Ding noch schießen würde. Ich grinste ihn an. Nur keine Angst, sagte ich und zeigte ihm das Messer. Ich kann dich zwar nicht lieben wie ein Freund, du gieriger Rubensohn, der sich immer wieder zu nehmen versucht, was er bekommen kann. Halten wir besser zusammen, bis wir wieder unsere eigenen Wege gehen. Und was die schöne Jamie betrifft, »Was glaubst du, wer sie nun bekommen wird?« »Wer?« »Kapitän Sam Blenner, der lachende Dritte. Auf ihn ist sie jetzt angewiesen und dafür muss sie zahlen. Du hast dich und mich zu verlieren gemacht,« er nickte. »Ich weiß, doch das lag an dir, weil du mich mit in den Strom gezogen hast. Du bist verdammt gut, wir gehören zur selben Sorte. Ich sagte nichts mehr und begann die Fische auszunehmen und die Schuppen abzukratzen. Er steckte sie auf Gärten schräg über die Glut des Feuers, wie Stockfische auf Jahr merkten. Als die Sonne hochkam, hockten wir am Feuer und aßen die Fische. Immer wieder betrachteten wir uns, und dann grinsten wir uns an. Es war irgendwie verrückt, aber nur für Außenstehende, für Wir müssen irgendwo zwischen St. Joseph und Omaha sein, sagte er. Eigentlich hätten wir dieses Feuer gar nicht anzünden dürfen. Das Land dort drüben ist voller Büffel, Büffeljäger und Indianer. Die Indianer machen Jagd auf die Büffeljäger und blockieren auch den Oregon Trail. Von Omaha aus soll eine Bahnlinie nach Westen gebaut werden, die Union Pacific. Die Indianer kämpfen dort gegen die Landvermesser, aber nächstes Jahr wird man die Schwellen und Schienen legen. Sie versuchen das aufzuhalten, überall ist Krieg. Irgendwie müssen wir nach Omaha kommen. Ich nickte. Dann fragte ich, hast du wirklich Goldminen in Montana? Er grinste und nickte. Und ich habe gute Verwalter, Vorarbeiter und Ingenieure dort. Ich wollte mir in Kansas City eine Frau suchen, ein ganz besonderes Weib. Ich fand aber keiner und konnte nicht lange fortbleiben. Da sah ich Jamie. Sie war genau das, was ich mir wünschte. Die Winter sind lang im Goldland von Montana. Er erhob sich plötzlich und zertrat das Feuer, scharrte dann erdreich darüber. Gehen wir, sagte er und deutete nach Norden zum Fluss hinauf. Ich folgte ihm und ich wusste, es würde ein langer Marsch werden. Wie Wir wanderten den ganzen Tag, waren trotz der Tagessitze ständig unterwegs und hatten unsere Hosenbeine bald schon voller Klitten. Manchmal tranken wir aus dem Fluss. Einige Male sahen wir drüben auf der anderen Seite Büffel. Sie standen hier und da in kleinen Herden bis zu den Bäuchen im Wasser. Johnny Farlow grinste einmal schief und sagte auf die Büffel deutend, wenn wir dort drüben wandern würden, hätten uns die verdammten Büffelmücken schon böse zugerichtet. Die Indianer schmieren sich mit einem stinkenden Zeug ein, wenn sie auf Büffeljagd gehen. Da sind welche? Deckung. Wir warfen uns in die Uferbüsche und verharrten eine Weile, bis wir sicher waren, dass die indianischen Reiter drüben uns noch nicht entdeckt hatten. Ab da mussten wir in Deckung weiter wandern. Einmal sagte ich, Farlow, das alles hast du uns eingebrockt, ich bekomme allmählich Lust, dir die Nase einzuschlagen, verdammt, wenn ich mir überlege, um was du mich alles gebracht hast. Er wandte sich mir zu. Hey, so dumm bist du doch nicht. Wir können uns das nicht leisten, sagte er. Wir müssen zusammenhalten, ich kann wittern, dass wir uns noch brauchen werden. Wenn du versuchen willst, mir die Nase einzuschlagen, dann warte damit bis Fort Benton. Vielleicht schlagen wir dann gemeinsam diesem Kapitän Blennard die Nase ein und überlassen Jamie die Wahl. Ich sagte nichts mehr, wir wanderten weiter. Es war schon nach Sonnenuntergang, als wir drüben auf der Kansas Seite des Flusses einige Lichter erblickten. Wir hielten an. Johnny Fahler murmelte, das könnte dort drüben die um wenigstens Pferde zu bekommen, selbst wenn wir sich stehlen müssten. Sehen wir nach. Etwa zwei Stunden später waren wir drüben in der Nähe des Brennholz Lagers. Wir hörten das Durcheinander von Stimmen. Sie klangen wie die Stimmen von Betrunkenen. Und dann, als ein leichter Wind zu uns kam, rochen wir es. Sie brennen Schnaps, flüsterte Johnny Fahler. Das ist eine Schnapsbrennerei im Indianer und Büffelland und dreimal darfst du raten, an wen sie den Schnaps verkaufen. Damit ist wohl auch klar, warum dies hier von den Roten noch nicht abgebrannt und vernichtet wurde, erwiderte ich. Wir schlichen weiter und kamen zu einer Landebrücke. Da lag eine Dampfpinassa, ein kleines Boot, das ein kleines Heckschaufelrad besaß. Wir konnten unser Glück Feuer machen und anheizen. Das konnte länger als eine Stunde dauern. Als wir noch überlegten und nachsahen, ob genügend Holz an Bord war, hörten wir trommelnden Hufschlag und die wilden Schreie heranreitender Indianer. Zuerst glaubten wir, dass es ein Indianer Angriff wäre, aber bald wurde uns klar, dass die Indianer keine Kriegsschreie ausstießen, sondern freudig herangejagt kamen. Die kommen, um sich zu besaufen, sagte Johnny Farlow. Die wollen hier eine Orgie feiern. Wir kletterten wieder aus der Pinasse und glitten den Uferhang hinauf bis zu den Brennholz stapeln, die man hier oben lagerte. Einen halben Steinwurf weit von uns entfernt waren die Hütten, Schuppen und Corals. Dort brannten Laternen und ein Feuer. Auch die primitive Schnapsbrennanlage war dort in Betrieb. Sie bestand hauptsächlich aus einem großen Kessel und einer Kupferrohrspirale, aus der es fortwährend in einen Behälter tropfte. Die Indianer hatten Packpferde bei sich, beladen mit Beutegut. Wir sahen, dass die Indianer auch eine weiße Frau bei sich hatten, eine Gefangene. Sie war halbnackt, so sehr hatte ihre Kleidung Schaden genommen. Und sie war gar nicht mehr richtig bei Sinnen, taumelte, als man sie vom Pferdriss. Gewiss gehörte auch sie zum Beutegut, dass die Roten hier gegen Schnaps eintauschen wollten. Ich hörte Johnny Farlow böse neben mir knurren. Dann sagte er, verdammt, ich kann einem leid tun, das hier ist eine üble Bande, die werden sich das arme Ding teilen. Vielleicht würfen sie die Reihenfolge aus, die Roten werden sich schrecklich besaufen. Mann, hast du schon mal Indianer saufen sehen, jetzt? Die schlucken, was sie nur schlucken können, und dann fallen sie einfach um, gerade zu Irre. Ich habe noch niemals eine Rothaut sich vernünftig betrinken gesehen. All die Packlasten wurden von den Tieren gerissen und am Boden ausgebreitet. Während die Indianer aus den verschiedensten Flaschen und Gefäßen zu saufen begannen, man konnte es wirklich nicht trinken nennen, wühlten die Schnapsbrenner in all dem Beutegut. Es war ein einziges Durcheinander. Die weiße Frau, oder war es noch ein Mädchen, stand schwankend da. Man beachtete sie im Gewimmel gar nicht. Irgendwie kam sie einigermaßen zu Verstand und begann langsam rückwärts zurückzuweichen. Sie näherte sich uns so Schritt für Schritt und versuchte sich aus dem Gewimmel zu bringen. Doch einer der Schnapsbrenner lief auf sie zu. Es war völlig klar, dass er sie haben wollte und kein anderes Interesse mehr hatte. Sie wandte sich um und begann zu flüchten. Sie wollte hinunter zum Fluss und hinein. Aber er war schneller als sie. Als sie an dem Brennholzstapel vorbeilief, der uns als Deckung diente, hatte er sie erreicht und riss sie an den Haaren zu Boden, nur zwei Schritte von Farle und mir entfernt. Ich schlug ihm mit einem Stück Brennholz den Schädel ein und wusste, dass ich ihn getötet hatte. Dann hielt ich ihr den Mund zu, denn sie wollte kreischen, sie kämpfte verzweifelt gegen mich, weil sie ja glauben musste, dass auch ich einer dieser Kerle war. Ich wusste zu gut, dass ich sie nicht so schnell beruhigen können. Daher schlug ich ihr die Faust gegen die Schläfe und so wurde sie bewusstlos. Als ich sie aufhob, war Johnny Fahlow neben mir. Ah, du edler Ritter, rief er mir ins Ohr. Dann lief er voraus. Ich folgte ihm. Wir sprangen in die Pinasse. Während ich die Bewusstlose bettete, machte er die Leinen los und stieß das kleine Dampfboot von der und das kleine Dampfboot weiter in den Strom zu drücken. Dabei rief er mir über die Schulter zu. Na los, du edler Ritter, du hast doch schon mal ein Feuer gemacht, damit wir die Fische braten konnten. Jetzt mach Feuer unter dem Kessel der Dampfmaschine, sonst treiben wir noch den ganzen Strom hinunter. Ich stieß einen zustimmenden Ruf aus, kümmerte mich nicht mehr um die Bewusstlose, sondern riss das Feuertürchen unter dem Dampfkessel auf. Holz war fürs Erste genug an Bord. Während ich Feuer machte, stieß Fahler das kleine Boot schräg über den Fluss zum anderen Ufer hinüber. Die Stange war fast vier Jahr lang, er konnte damit überall den Grund erreichen. Aber einmal versank sie am Flussgrund so tief im Sand, dass er sie fast nicht mehr heraus bekam und wir sie beinahe verloren hätten. In der ehemaligen Brennholzstation soffen die Indianer wie die Löcher. Und die Schnapsbrenner und Händler feierten ihr gutes Geschäft mit dem Beutegut der Roten. Wir erreichten endlich, nachdem wir etwa zwei Meilen abgetrieben waren, am anderen Ufer eine stille Bucht, in der das Wasser entgegengesetzt der Strömung drehte. Das kleine Wasser gefüllt, es würde darin bald zu summen beginnen. Die Frau lag immer noch bewegungslos auf dem Boden des Bootes. Junifalo sagte, ich gehe an Land und suche so viel Treibholz wie möglich. Achte du auf das Feuer und mach so schnell wie möglich Dampf. Wenn sie aufwacht, wirst du ihr sagen können, dass sie gerettet ist. Das steht dir als edler Ritter zu. Dann sprang er an Land und begann am Ufer nach Treibholz zu suchen. Es lag überall, besonders dort, wo es sich in den Uferbüschen verfangen hatte. Ich hatte einen Moment Zeit, mich um die Bewusstlose zu kümmern. Und so kniete ich bei ihr nieder und betrachtete sie im Mond und Sternenschein. Die Nacht war hell, der Fluss glänzte wie Silber. Ich konnte sie ziemlich gut aus nächster Nähe betrachten. Sie war noch jung und wahrscheinlich auch mehr als nur hübsch. Doch vermutlich war sie von den Indianern geschlagen worden. Sie war zerzaust und zerkratzt, ihr Gesicht angeschwollen. Dort, wo ich sie gegen die Schläfe getroffen hatte, würde sie bald einen blauen Fleck bekommen. Ich nahm ein ohnehin noch nasses Halstuch, tauchte es in den Fluss und begann ihr Gesicht abzuwaschen, ihre Beulen und Schwellungen zu kühlen. Als sie die Augen aufschlug, sagte ich schnell, alles gut, Schwester, sie sind in Sicherheit, keine Angst und Panik mehr, alles ist gut. Ich sprach es immer wieder eindringlich und wiederholte es mehrmals. Allmählich begann sie zu begreifen und dann sah und spürte ich, wie sie erschlafte, sich entspannte. Sie begann zu weinen. Das war gut. Durch das Weinen löste sich alles Lebenskraft besaß und letztlich eine Kämpferin war. Wer sind sie? Wir sind zwei Männer, denen sie vertrauen können wie Brüder, sagte ich. Wir sind unterwegs nach Oma, dorthin nehmen wir sie mit. Wie kamen sie in die Hände der Indianer? Als ich die letzten Worte sprach, begann sie zu zittern. Ich wusste, sie erlebte nun alles noch einmal. Doch es würde gut sein, wenn sie darüber redete. Eine Weile suchte sie nach Worten. Dann sagte sie, ich bin Sue Haycox, wir alle waren auf Büffeljagd. Der Haycox Klein, siebzehn Männer, elf Frauen und sieben Kinder auf einem Dutzend Wagen. Wir fühlten uns stark und unbesiegbar. Zehntausend Büffelfälle waren unser Ziel, denn wir brauchten Kapital. Wir wollten nicht als arme Schlucker nach Oregon kommen, um dort zu siedeln. Sie verstummte, suchte nach Worten und kämpfte innerlich mit ihren Gefühlen. Wahrscheinlich wollte sie wieder weinen, doch dagegen kämpfte sie an. Ich aber begriff das ganze Drama. Eine ganze Sippe, ein stolzer Clan war ausgezogen, um in Oregon eine neue Heimat zu finden. Aber weil sie arm waren, vielleicht durch den Krieg, wollten sie erst zehntausend Büffel töten, um zehntausend Fälle verkaufen zu können. Ja, wahrhaftig, sie alle mussten sehr stolz und sehr furchtlos gewesen sein. Eine Büffeljäger- Mannschaft auf der weiten Kansas Prairie, die Frauen und Kinder bei sich hatte. Das war verrückt, leichtsinnig und geradezu verantwortungslos. Doch weil sie siebzehn Mann waren, glaubten sie unüberwindlich zu sein. Sie sprach weiter, die Indianer verursachten eine Büffelstampede. Sie raste gegen unsere Wagenburg, zerstörte sie, zertrampelte alles. Ich lag unter einem umgekippten Wagen, der zwar auch in Trümmer ging, mich jedoch bis zuletzt schützte. Nach den Büffeln kamen die Indianer. Sie töteten, was von uns noch am Leben war, nur mich nicht. Einer der Krieger beanspruchte mich als Beute, nur deshalb ... Was tat sie mir leid. Wir konnten nichts anderes für sie tun, als sie mit nach Oma zu nehmen. Johnny war wohl an, oder? Mir wurde nun endgültig klar, wie groß ihre Lebenskraft war und warum ihre Sippe mit Frauen und Kindern auf Büffeljagd gegangen war. Sie alle waren mutig, zäh und kämpferisch. Dieses Mädchen wollte nicht länger dahocken, ihre Not beklagen und sich beklagen und sich ausweinen. Nein, sie wollte etwas tun, helfen, kämpfen. Sie musste tätig sein. Und so ließ ich sie Johnny Farlow helfen. Am Kessel war ein Druckmanometer. Hier stieg der kleine Zeiger nun immer weiter. Es dauerte keine halbe Stunde mehr. Da rief ich, kommt an Bord, es kann losgehen, kommt. Sie kamen und jeder brachte neues Brannholz mit. Wir gingen in den Strom. Als ich den Hebel umlegte, begann der Dampf zu zischen. Das Heckschaufelrad begann sich zu drehen. Die Ventile begannen zu arbeiten. Das Tuckern schallte über den Fluss. Wir waren unterwegs nach Omaha. Die Miss Sally war nicht nur einzuholen, nicht mit der kleinen Pinasse. Die Stunden vergingen, unser kleines Boot tuckerte stetig. Ich hielt den Dampfdruck konstant. Farlow steuerte ein guter Steuermann, der die starke Strömung mied und jeden Flussbogen und jede Landzunge, in deren Bucht schwache Gegenströmung war, ausnutzte. Doch unser Brennstoffvorrat ging langsam zur Neige. Wenn wir nicht bald Omaha erreichten, mussten wir nochmals an Land und Treibholz sammeln. Als es Tag wurde, sahen wir Sue Haycox noch besser. Sie hatte ihre zerrissene Kleidung ein wenig in Ordnung gebracht, sich mit Flusswasser gewaschen und auch die Haare mit den Fingern waren rote Haare, rot wie Rotgold. Ihre Augen waren grün und sie hatte Sommersprossen. Die Schwellungen in ihrem Gesicht hatte sie sich mit Flusswasser und meinem Haltstuch ziemlich weggekühlt. Sie hatte einen lebendigen Mund, gesunde Zähne und war prächtig gewachsen. Sue war eine Schönheit. Sie wusste nicht, dass wir das kleine Dampfboot gestohlen hatten. Sie wusste eigentlich überhaupt nichts über uns, nur, dass sie bei uns in Sicherheit war. Als dann die Sonne hochkam, da sagte sie plötzlich, Freunde seid ihr nicht. Sie hatte also ein feines Gespür. Fala und ich grinsten. Dann erzählten wir ihr abwechselnd, was zwischen uns an Bord der Miss Sally geschehen war und wie wir schließlich aus Zweckgründen zu Partnern wurden, was schließlich auch ihr zugute kam. Als sie alles begriffen hatte, da staunte sie und schüttelte immer wieder den Kopf. Dabei sah sie uns an. Schließlich fragte sie, und jetzt? Wie steht ihr jetzt zueinander? Was wird in Omaha sein? Er will versuchen, mir die Nase einzuschlagen, grinste und wir auf dem besten Wege waren, uns aneinander zu gewöhnen und zu Partnern zu werden. Respekt hatten wir uns ja gegenseitig beigebracht. Sue Haycox betrachtete uns abwechselnd. Dann sagte sie, Ihr habt Respekt voreinander. Das ist immer eine gute Basis. Du bist weise wie eine alte Frau, Kleine, sagte Falo, als hätte sie ihn bei etwas ertappt. Da lachte sie wehmütig mit Bitterkeit in der Stimme. Ich hatte siebzehn Brüder, Onkel und einen Vater, sprach sie. Sie waren wild, stolz, hart und nicht ganz gut, aber auch nicht ganz böse, eher Freibeuter und Piraten als redliche Männer. Ich kenne mich aus mit Dauersorte. Wisst ihr eigentlich, wie alt ich bin? Siebzehn, sagte Falo. Achtzehn, sagte ich, und wir waren uns beide darin einig, sie durch unser Gespräch und unsere Scherze auf andere Gedanken zu bringen. Sie schnaubte und fauchte wie eine Wildkatze. Ich bin zweiundzwanzig, sagte sie, nehmt mich nur ernst, ich bin zweiundzwanzig und war mit Tex Hardin verlobt. Als sie den Namen sagte, fiel ihr alles wieder ein und die Erinnerung setzte ihr zu, wir sahen es ihr an. Wir konnten sie nicht anders trösten, als dass wir ihr das Gefühl gaben, nun zwei andere Brüder bekommen zu haben und nicht allein zu sein auf dieser miesen Welt. Für das kleine Boot war es ein weiter Weg den Strom hinauf bis nach Omaha. Wir mussten im Verlauf des Tages noch einmal bei einer Flussinsel an Land gehen und Treibholz suchen. An Bord waren eine Axt und eine Säge, damit konnten wir das Holz zerkleinern, sodass die Scheite in das kleine Feuerloch ging. Indes wir Männer das Holz sammelten und zerschlugen, zeigte uns Sue Haycocks erneut, wie zäh und stark ihre Lebenskraft war und sie sich den Gegebenheiten anpassen konnte. Sie hatte Fische in kleinen Tümpeln gefangen und über einem Feuer gebraten, als wir mit dem Holz sammeln fertig waren und glaubten, genügend davon an Bord zu haben. Wir hockten am Feuer, aßen mit Appetit und sahen uns an. Johnny Farrow sagte, Sue, du bist ein verdammt tüchtiges Mädchen. Ich bin ein schwerreicher Bursche, ich besitze in Montana einige Goldminen und bin bis nach Kansas City gefahren, um mir eine Frau zu suchen. Hättest du Interesse? Es ging dir gut bei mir. Sie staunte ihn an. Ich staunte ebenfalls, er benahm sich wie bei einem Pferdekauf. Weil er für den langen Winter eine Frau brauchte, wollte er sich eine kaufen. Er hatte sich unter Goldgräbern, Minenleuten, Glücksrittern jeder Sorte behauptet und ein halbes Dutzend Goldminen in seinen Besitz gebracht. Das hat ihn geprägt. Ungeduldig wartete er auf Sue Haycocks Antwort. Ähm, Johnny, begann sie beinahe nachsichtig, du bist ein prächtiges Mannsbild, äußerlich sogar noch prächtiger Aber du kannst dir eine Frau nicht wie ein Pferd kaufen. Ihr habt mich gerettet und ich bin euch etwas schuldig, aber... Schon gut, unterbrachen sie schon gut, Kleine. Du hast ja recht, ich bin ziemlich verwildert. Aber bei mir muss alles ruckzuck gehen, verstehst du? Da werde ich doch diesem Kleid jetzt oben in Montana die schöne Jamie ausspannen müssen, die ist klug genug, um einen Mann mit sechs Goldminen nicht abzuweisen. Er warf den Rest des Fisches ins Feuer und erhob sich. Fahren wir weiter, grollte er. Sue erhob sich ebenfalls und trat zu ihm, legte ihm beide Hände gegen die Oberarme und sah zu ihm empor. Mann, Johnny, sagte sie zu ihm hoch, begreifst du nicht, dass es Frauen gibt, die sich nicht kaufen lassen, sondern umworben und erobert sein wollen? Ich habe meine ganze Sippe und den Mann, dem ich versprochen war, vor zwei Tagen verloren. Er wandte sich wortlos ab und ging zu unserem kleinen Dampfboot. Wir folgten ihm und hatten beide das Gefühl, dass er sich schämte, denn unter seinen Bartstoppeln schien er einen roten Kopf bekommen zu haben. Sue hatte mit ihren Worten etwas in seinem innersten Kern aufbrechen können. Wir stießen das Boot in den Strom. Ich öffnete die Dampfventile, unser kleines Schaufelrad am Heck begann sich zu drehen. Ich legte Holz nach. Johnny Farlow hockte wieder hinten an der Ruderpinne, aber er mied unsere Blicke und wirkte sehr nachdenklich. Von St. Joseph bis Omaha waren es 185 Meilen und es war Nacht, als wir auf der Westseite des Flusses die Lichter von Omaha erblickten. Wir steuerten die Landebrücken für die Dampfboote an, legten an einer kleinen Landebrücke an und machten unser Boot fest. Es war der Zeitpunkt gekommen, da wir uns von Sue Haycox trennen mussten. Was würde sie ohne uns tun? Ich hatte mich das die letzten Stunden immer wieder gefragt. Vielleicht war es Johnny Farlow ebenso ergangen. Jetzt, da wir festgemacht und auf die Landebrücke gestiegen waren, standen wir uns einige Sekunden lang schweigend gegenüber. Sue Haycox fand als erste die Sprache wieder. Ich danke euch von Herzen, ihr wart gut zu mir. Doch jetzt müssen sich ja wohl unsere Wege trennen. Und sie wollte sich abwenden und gehen. Doch Johnny und ich wir sagten zweistimmig Nein! Sie verhielt dem Ansatz ihrer Bewegung. Macht euch nur keine Sorgen wegen mir, sprach sie. Doch, sagten wir wiederum zweistimmig. Dann fragte Johnny, was hast du vor? Wo willst du hin? Du hast ja nicht mal ein Kleid an, in dem du dich unter die Menschen wagen kannst. Wir könnten dir Geld geben, davon haben wir beide genug, aber du brauchst mehr als Geld, du brauchst Brüder. Verdammt Kleine, wir lassen dich nicht allein, das geht nicht. Sue und ich, wir staunten. Dieser Johnny Farlow, der sie sich vor einigen Stunden noch kaufen wollte, wie ein Pferd, zeigte plötzlich Gefühle. Ich kann in jedem Saloon Arbeit finden, sprach sie dann. Da schnaubte Johnny und erwiderte, wenn das so ist, dann kannst du auch für Geld mit mir nach Montana gehen. Was wäre daran anders, als in einem Saloon zu arbeiten, wenn ich so wäre, wie du glaubst? Und wie glaubst du, glaube ich, dass du wärst? Er musste erst über den Sinn ihrer Wortspielfrage nachdenken. Du glaubst, dass ich ein Bursche bin, der sich eine Frau wie ein Pferd der letzten Stunden nachgedacht. Wir nehmen dich wie unsere Schwester mit und passen auf dich auf. Und dann in Montana? fragte sie ernst. Dann sucht Clyde seine Jamie und ich gebe dir einen Job in meiner Minenverwaltung, sagte er. Und ich werde dich nicht bedrängen, aber wie ein echter Gentleman um dich werben. Zufrieden? Nicht bedrängen? Mein Wort darauf. Sie nickte und sah mich dann an. Du hast es gehört, Clyde, ja? Ich nickte. Ich glaube, sagte ich, dass man seinem Wort vertrauen kann. Ich mag ihn zwar immer noch nicht besonders und werde ihm in Montana die Nase einschlagen, doch er wird sein Wort halten, weil er auf Selbstachtung großen Wert legt. Gehen wir der Kleidung kaufen, Kleine. Wir gingen. Und es war ein gutes Gefühl zwischen und Sue war nicht mehr allein. Wir wussten, sie brauchte dieses Gefühl. Uns war nun auch besser, denn wir hätten die Schuldgefühle ihr gegenüber bis in Montana gespürt, hätten wir sie allein gelassen. Ich wusste noch nicht, was für eine Überraschung in Omaha auf mich wartete. Es war schon fast Mitternacht, als wir Sue Helcox eingekleidet und mit ihr in einem Restaurant zu Abend gegessen hatten. Nun waren wir unterwegs, um für sie ein Hotelzimmer oder eine andere Unterkunft zu finden. Es konnte sein, dass wir hier in Omaha noch einige Tage warten mussten, bis wieder ein Dampfboot in Missouri heraufkam und nach Fort Menden weiter wollte. In Omaha gab es mehr Bretterbuden und Zelte als feste Häuser. Aber das würde sich schnell ändern. Denn Omaha war der Ausgangspunkt der Union Pacific Eisenbahn und hatte die besten Chancen noch größer und wichtiger zu werden. Wir kamen an einer Amüsierhalle vorbei. Beifallslärm für irgendeine Darbietung nach außen. Es wurde geklatscht, getrampelt und begeistert gepfiffen. Viele Stimmen brüllten nach Zugaben. Dann wurde es still. Vor der Tür stand ein Anreißer, der sich uns einige Schritte näherte und sagte, gleich singt sie wieder, die große Sensation von Oma. Sie kam mit der Miss Sally wie ein Wunder zu uns. Treten Sie ein, Lady und Gentlemen, hören und sehen Sie Miss Jamie. Wen? So fragte ich. Doch bevor mir der Anreißer antworten konnte, hörte ich sie singen. Ja, es war Jamie. Ich kannte ihre Stimme. Als wir wochenlang allein in den Bergen lebten oder ritten, hatte sie oft gesungen. Deshalb kannte ich ihre Stimme, ihre Lieblingslieder und die Art, wie sie diese Lieder sang. Und so wusste ich, dass dort drinnen meine Jamie sang. Verdammt, sie war von Bord gegangen und nicht mit Sam Blenard nach Montana gefahren. Sie war hier, aus welchen Gründen auch immer. Und sie trat da drinnen auf einer Bühne auf. Also brauchte sie Geld. Es konnte nicht anders sein. Ich wandte mich an Sue Sie ist nicht weiter mit gefahren. Ich muss zu ihr. Wir sehen uns wieder, wenn hier ein Dampfrod ankommt. Nach diesen Worten ging ich hinein. Sie folgten mir nicht. Ja, es war meine Jamie. Sie sang auf der Bühne und wurde von zwei Gitarren, einer Geige und einem Klavier begleitet. Aber beim letzten Lied sang sie allein das Lied von einer hoffnungslosen Liebe, weil der Mann, auf den das Mädchen wartete, hinaus in die weite Welt ritt, um das Glück zu suchen, doch niemals fand, weil er ein Pechvogel war. Und so würde er nie heimkommen und das Mädchen mit ihrer Treue musste vergebens warten. Als der Beifall tobte, verschwand sie von der Bühne. Ich drängte mich die Treppe hinauf und als ich hinter die Bühne wollte, versperrte mir hinter dem Vorhang ein bulliger Bursche den Weg. Miss Jamie will niemanden sehen, sagte er, gehen Sie, ich lasse keinen zu ihr. Er wirkte stur und ich wusste, dass er mir nicht glauben würde, wenn ich ihm erzählte, dass Jamie auf mich wartete. Der hatte gewiss schon viele dumme Sprüche gehört. Und so nickte ich und sagte, es tut mir leid, Bruder. Dabei wandte ich mich halb ab, aber dann wirbelte ich um die eigene Achse und knallte ihm die linke auf die Leberpartie. Er ging sofort in die Knie nieder und seufzte bitter. Es tut mir wirklich leid, wiederholte ich und ging halb um ihn herum. Ich fand die Garderobe schnell, denn an der Tür war ein Schild mit Jamies Namen und dem Zusatz keine Besuche. Ich trat ein. Sie saß vor dem Spiegel und fuhr fauchend herum. Verdammt, ich will meine Ruhe haben! Doch dann erkannte sie mich. Jamie, sagte ich. Sie kam in meine Arme. Ach, Kleid, schluchzte sie. Dann küßten wir uns lange, sehr lange. Hinter mir ging die Tür auf, der Bulle wollte herein, aber er sah uns beim Küssen und zog sich schweigend zurück. Denn er hatte begriffen, dass Jamie zu mir gehörte. Ich würde mich bei ihm entschuldigen müssen. Vielleicht würde er verstehen, dass ich nicht länger mit ihm diskutieren wollte, denn dass Jamie hier war, bedeutete ungeheuer viel für mich. Als wir uns endlich voneinander lösten, sahen wir uns einige Atemzüge lang forschend an. Was ist passiert? Jamie fragte es sehr ernst. Sie nahm mich bei der Hand und wir setzten uns nebeneinander auf das Ledersofa. Ich erzählte ihr alles mit knappen Sätzen, dann aber sagte ich, jetzt bist du in der Weih. Ihr Gesicht wurde herb, so richtig böse. Du warst nicht mehr an Bord, stieß sie hervor. Auch dieser Johnny Farlow, dem ich so viel Geld abgenommen hatte, war nicht mehr an Bord. Wir konnten uns dann zurückfahren sollte. Er lehnte es ab und sagte mir ganz unmissverständlich, dass ich nun auf ihn angewiesen wäre und mich deshalb schon aus Vernunftgründen mit ihm arrangieren müsste. Er versprach mir, dass ich es gut bei ihm haben würde, denn nach einer Frau wie mich habe er sein ganzes Leben lang gesucht. Als wir den Oma anlegten, lief ich von Bord. Ich konnte nichts mitnehmen und so ging ich in diese Amüsierhalle hier, um zu singen. Ich musste ja wieder Geld verdienen, um Spielkapital zu bekommen. Insgeheim aber hoffte ich jeden Tag und Nacht, dass du nicht tot wärst, sondern hier auftauchen würdest. Ich wusste, wenn du am Leben warst, würdest du der Miss Sally folgen und nach Omaha kommen. Ich habe sogar gebetet, dass es so kommen sollte. Jamie hatte sich Sam Lannard nicht ergeben. Sie war einfach mittellos von Bord gegangen und hatte hier auf mich gewartet. Nun waren wir wieder zusammen. Ich nahm sie in die Arme. Es tat gut, ihre Zärtlichkeiten zu spüren, selbst im Schlaf. Am nächsten Tag trafen wir Johnny Farlow gegen Mittag an der Landebrücke. Er freute sich auf eine etwas grimmige Weise, Jamie wiederzusehen. Nach einigen freundlichen Worten sprach er. Das alte Sprichwort bewahrheitet sich wieder einmal, schöne Gemini, wahr? Unrecht gut gedeiht nicht. Oder haben sie mir nicht mit Zauberkunststücken das viele Geld abgenommen, über das sich dieser Kapitän Sam Blenard jetzt freut? Dennoch muss ich ihnen Abbitte leisten, denn ich hätte darauf gewettet, dass sie sich mit diesem Huchensohn arrangieren und mit ihm ins Bett gehen würden, um sich ihren Anteil zu erhalten. Ich habe mich getäuscht und ich bitte um Vergebung. Er zog seinen neuen Hut und verbeugte sich tief. Als er sich aufrichtete, grinste er breit und sprach weiter, eigentlich wollte ich sie haben und diesen Burschen da einfach wegbeißen. Er deutete auf mich. Dann fügte er hinzu, aber jetzt bin ich nicht mehr scharf auf Sie, größer sind als bei Ihnen. Deshalb hat dieser Bursche nichts mehr von mir zu befürchten. Aber in Fort Benton will er mir immer noch die Nase einschlagen. Ob er das schafft? Er grinste mich an. Und irgendwie mochte ich ihn jetzt endgültig. Er war verrückt und man musste ihn wohl erst genauer kennenlernen, um ihn zu begreifen. Da kommt sie, sagte er plötzlich und strahlte über das ganze Gesicht. Wir wandten uns um. Ja, da kam Sue Haycox. Sie wirkte frisch, ausgeschlafen und prächtig. Was auch an schrecklichen Dingen in den vergangenen Tagen gewesen war, sie hatte es überwunden und blickte fest in die Zukunft. Sie trat zu uns und lächelte Jamie ernst an. Jamie lächelte zurück. Hallo Schwester, sagte sie. Ich hatte eine Schwester, die glich Ihnen sehr, erwiderte Sue. Es war ein gutes Gefühl zwischen uns allen. Wann würde uns das nächste Schiff nach Fort Benden bringen? Noch am Nachmittag kam die Hilda den Strom herauf, ein schneller Postdampfer mit wenig Tiefgang, der auch bei Niedrigwasser fahren konnte. Wir bekamen für die beiden Frauen eine Kabine, für uns selbst jedoch nur Deckplätze. Da die Nacht hell und klar wurde, machte die Hilda bald wieder die Leinen los. Wir waren unterwegs nach Montana. Bis zur Yellowstone-Mündung von Omaha aus an die 1200 Meilen verlief die Fahrt fast ohne Probleme glatt und geradezu eintönig. als als warnt warnt die Armee vor Indianern und Flusspiraten bis Fort Benton waren es noch an die 700 Meilen alles wildes Indianerland zweimal kam uns ein Dampfboot entgegen gefüllt mit Goldgräbern die mit ihrer Ausbeute vor dem nahenden Winter flüchteten auch sie warnten uns vor Indianern und Flusspiraten das Wetter schlug im Verlauf von zwei Stunden völlig um es wahrscheinlich war das unser Glück denn bei diesem Wetter suchten sich die Wegelager lieber ein trockenes Plätzchen und machten Pause es gab aber auch andere Möglichkeiten für sie der Steuermann der Hilde erklärte es uns männlichen Passagieren er rief uns alle zusammen und sprach dann sehr trocken und sachlich Leute durch diesen sinnflutartigen Regen haben wir Vor und Nachteile bei diesem Mistwetter liegen die Indianer oder Flusspiraten nur da auf der Lauer wo sie es schön trocken haben und damit rechnen können dass ein Flussdampfer durch die Strömung in Schwierigkeiten kommt dieser Fluss hier wird sich nämlich von Stunde zu Stunde mehr in ein brüllendes Ungeheuer verwandeln es gibt weiter oberhalb einige Insel Gruppen die von engen Kanälen durchbrochen werden schon bei normalem Wasserstand ist die Strömung in diesen engen Kanälen gewaltig aber bei Hochwasser wird es da einfach irre die Kraft der Maschine reicht manchmal nicht aus dann muss man den Dampfdruck so erhöhen dass durchaus mal ein Kessel platzen kann oder es treibt ein Baum herunter dem das Schiff ausweichen muss wenn es von der Strömung herumgerissen wird läuft es auf Grund das ist dann der Moment in dem die Indianer oder die Flusspiraten angreifen und an Bord zu kommen versuchen Leute ich erzähle euch das damit ihr wisst dass ihr dann um euer Leben kämpfen müsst habt ihr das alle kapiert jemand von uns sagte all right Steuermann wir haben es begriffen da nickte er zufrieden und verließ unsere im Speiseraum zusammengedrängte Gruppe wir waren etwa 60 Deck passagiere an Bord dazu kamen noch die etwa zwei Dutzend Kabinen Passagiere zumeist Frauen oder ältere Männer einbärtige Bursche der zwei Revolver trug lachte rau und sagte ich habe hier an Bord noch keinen unbewaffneten Mann gesehen wenn uns jemand angreifen sollte schießt dieser Dampfer gewissermaßen aus allen Rohren die sollen nur kommen wir hielten uns in den nächsten zwei Tagen und Nächten in dem kleinen Speiseraum auf denn draußen auf Deck war kein trockenes Plätzchen mehr der Sturm peitschte den prasselnden Regen überall hin in jeden Winkel das aufgestapelte Holz wurde nass die Heizer begannen zu fluchen wenn sie damit die Kessel befeuerten vor allem hatte ich mir sämtliche Passagiere genau angesehen und abgeschätzt denn ich rechnete nach wie vor damit dass uns Big John Donavans Kopfgeldjäger eine Menge Geld wenn man bedachte dass ein Cowboy oder ein Handwerker pro Jahr 200 300 Dollar verdiente auf der Hilda konnten natürlich Kopfgeldjäger sein die unsere Fährte nach Montana folgten Jamie war zu schön um nicht beachtet zu werden dass wir mit Kapitän Sam Leonard die Miss Sally ersteigert hatten war gewiss Tagesgespräch gewesen unsere Fährte war also klar genug ein anderes Ziel als Fort Benton konnte es so war es möglich dass auf dem nächsten Schiff die Verfolger kam und dieses nächste Schiff war die Hilda aber so sehr ich die Passagiere auch studierte besonders die harten Burschen mit den Colts schien mir keiner dabei zu sein der sich besonders für Jamie und mich interessierte oder uns möglichst unauffällig beobachtete es suchte auch kein gefährlich oder beachtlich wirkender Mann unsere Nähe nur ein gewisser Owen Jacks schloss ich uns an er aß mit an unserem Tisch und spielte mit Johnny Farley und mir Karten er war ein kleiner hagerer und ziemlich schwächlich rückender Bursche sein dünnes Haar war Sandfarben Er hatte himmelblaue Augen kaum Bart wuchs musste aber fast vierzig Jahre alt sein manchmal führte er uns Zauberkunststücke vor und erzählte uns viele Geschichten aus seinem Leben als Jongleur auf den berühmten Bühnen der Welt doch da ihn das Räumer plagte fielen ihm all die flinken Geschicklichkeiten immer schwerer deshalb war er nicht mehr spitze und so wollte er ins Goldland wo die eine Goldader finden würde wir mochten ihn alle denn er war ein netter bescheidener höflicher Bursche der anderen stets den Vortritt ließ auch beim Kartenspiel gewann er niemals größere Summen obwohl ihm das als Zauberkünstler gewiss möglich gewesen wäre er beendete auch die längste Pokerpartie stets ohne Gewinn und Verlust so als hätte er nur aus Spaß am Spiel mitgemacht ich wusste nicht dass er gefährlicher als eine Giftfieber war deren Biss tödlich wirkt es war hinter der Poplar Creek Mündung dicht vor den Inseln unterhalb des mächtigen Spread Eagle als die Heizer noch mal mächtig Dampf machten der Kapitän rief immer wieder fordernd durch den Sprachschlauch zum Maschinenraum hinunter Dampf ich will mehr Druck haben ihr Hurensöhne Dampf Es war ein Kampf ums Durch und Davon kommen Die Strömung schoss durch die Kanäle Der Big Muddy machte seinem Namen jetzt alle Ehre Er war ein schäumender und donnernder schlammfluss geworden lehmig gelb mit weißen Schaum kronen Er trug Büsche Bäume und all das Zeug talwärts das sein Hochwasser von Land mitreißen konnte Aus den beiden Schornsteinen der Hilda flogen nun die Funken so sehr speisten die Heizer das Feuer unter den beiden Kesseln Das Heckschaufelrad begann noch schneller zu drehen Der Kapitän rief vom Ruderhaus herunter dass alle männlichen Passagiere nach Achtern gehen und dort bleiben sollten Wir gingen hinaus aufs Achterdeck in den immer noch prasselnden Regen Die Hilda senkte sich um einige Zoll durch unser Gewicht So tauchte auch das Schaufelrad am Heck Schreiben und jagte weniger Wellen Achter aus Allmählich schoben wir uns im Schritttempo in die enge Fahrrinne zwischen zwei Inseln und der mächtige Felsen den sie Spread Eagle nannten sah auf uns nieder Wir kamen gut in die Rinne hinein Das Dampfboot musste in der normalen Rinne bleiben wollte es nicht mit Felsen oder Baumstumpfen in Berührung kommen Die Sicht war schlecht Der Regen prasselte unaufhörlich Dann brüllte der Kapitän oben im Ruderhaus nach mehr Dampf Bald flogen wieder Funken aus den Schornsteinen und die Hilda schob sich endlich wieder vorwärts langsamer als ein Spaziergänger Es war für uns alle ein Todesspiel Denn wenn die Kessel wegen des Überdrucks platzten würde sich die Hölle öffnen Johnny Farne und Owen Jax standen rechts und links neben mir Johnny brüllte mir ins Ohr Wenn die Kessel platzen jagen sie das ganze Kabin weg mit unseren beiden schönen Mädchen gen Himmel Ich nickte nur Dann kamen wir an die Engstelle Hier waren Felswände rechts und links Von der linken Felswand war ein großer Baum herunter gekippt Er lag mit seiner Krone in der engen Rinne und verengte diese um die Hälfte Die Hilda musste nach rechts hinüber dicht an die Felswand heran Als die Bordwand schon an einigen Vorsprüngen der Felswand kratzte Da sprangen sie aus den Spalten von oben auf das Sturmdeck nieder Flusspiraten Zum Teil Weißle zum Teil Indianer Wir konnten sie durch den Regen erst im letzten Moment sehen Es waren viele sehr viele Sie wollten das Schiff Wir Männer begriffen sofort dass wir um unser Leben und das der Frauen kämpfen mussten Wir hatten keine Wahl und so stürmten wir brüllend vorwärts Erreichten das Kabinendeck und hinauf auf das Sturmdeck Denn die Männer im Ruderhaus befanden sich in höchster Gefahr Wenn die Piraten das Schiff kapern wollten mussten sie die Männer im Ruderhaus dazu zwingen weiterhin Kurs zu halten Denn sonst flogen sie mit uns in die Luft Ein einziger harter Stoß des Schiffes konnte die überhitzten Kessel zum Platzen bringen Als wir das Kabinendeck erreichten kamen uns schon die ersten Piraten entgegen Wir begannen zu schießen Johnny sehr schnelle Revolverschützen in unserer Reihe Links neben mir schoss Johnny Farlo Aber rechts von mir hörte ich es unwahrscheinlich schnell krachen Es war Owen Jax Er hatte zwei Revolver zum Vorschein gebracht Die Art wie er schoss und traf sagte mir alles Das war kein freundlicher netter Bursche mehr sondern ein bösartiger Marder Als wir uns zum Sturm der Kinn aufgekämpft hatten krachten oben aus dem Ruderhaus zwei Schrot finden Wir hatten nichts mehr zu tun und das war unser Glück Denn wir hatten fast alle unsere Revolver leer geschossen Einige der Piraten sprangen in den tobenden Fluss und trieben davon Die anderen Kerle warfen wir von Bord Es gab keine Gnade Einige wurden von den Passagieren erschlagen Da endlich kam die Hilde aus der gurgelnden Rinne hinaus Wir waren durch Wir hatten gewonnen Der Regen hörte ganz plötzlich auf Es war fast wie ein Wunder des Himmels Wir alle brüllten und tanzten vor Freude denn es gab kaum Verluste unter uns Nachdenklich lud ich meinen leergeschossenen Colt Johnny Johnny taten auch Johnny sah nachdenklich auf den kleinen und so unscheinbar wirkenden Owen Jacks Ich tauschte mit Johnny einen Blick Sind Sie auch als Kunstschützer auf den Bühnen der Welt aufgetreten Jacks fragte ich und konnte den misstrauischen Spott in meiner Stimme nicht ganz unterdrücken Er sah mich an wirkte sehr verändert In seinen himmelblauen Augen war jetzt ein Flackern ein Glitzern Sie wirkten plötzlich nicht mehr so harmlos und treu Nach einer Weile als er seine beiden Revolver geladen und wieder in die Schulterholster unter der Jacke geschoben hatte erwiderte er Ja ich bin auch als Kunstschützer aufgetreten Nach diesen Worten wandte er sich ab und ging davon Johnny Farle und ich sahen uns an Ich sage dir murmelte Farle das ist ein Revolver Mann ein Killer Wir sind schon immer seine starken und sehr geschmeidigen Hände und die breiten Handgelenke aufgefallen Die befähigen ihn dazu einen krachenden Kohl zu halten wie kaum jemand seiner Größe und seines Gewichts Er ist ein Killer Der hat uns alle getäuscht Das sagen mir mein Instinkt und mein Verstand Ich erwiderte nichts Wir gingen zu der Kabine der beiden Frauen Jamie und Sue kamen heraus Sie sahen blass und erregt aus Doch sie atmeten nun mehrmals tief durch Wir haben Glück gehabt nicht wahr sagte Sue Glück und einige Revolver Männer besonders einen mit zwei Revolvern Der nicht einmal vorbeischoss murmelte ich Jamies blick wurde scharf fragend Ich zuckte mit den Schultern Dieser harmlose Owen Jacks ist gefährlich wie eine Giftfieber Die Sonne kam heraus Man begann an Bord ein Fest zu feiern und hatte allen Grund dazu Wir waren davon gekommen Owen Jacks hielt sich jedoch fern Warum Wegen Jamie und mir Es war plötzlich ein Gefühl in mir das mir keine Ruhe mir ließ Warnsignale vor einer Gefahr Ich kannte dieses Gefühl Es hat mir dann und wann das Leben gerettet Mir ging es wie einem Wolf der den Stahl einer Falle wittert Am nächsten Tag erreichten wir Fort Copeland Kein Armee Fort sondern ein Ort legte die Hilda an Es war schon fast Abend Der Himmel hatte sich wieder bezogen Wieder einmal wie in den vergangenen Nächten würden wir ankern und nicht Strom auffahren können Der Big Buddy führte immer noch Hochwasser und war zu gefährlich Nur bei guter Sicht konnte all den talwärts schwimmenden Hindernissen ausgewichen werden Während die Hilda Holz übernahm ging ich an Land Denn ich wollte es wissen Zuerst betrat ich den Store des Handelfors kaufte mir eine Zigarre und steckte sie an Es war Nacht geworden Ich ging ein wenig im Fonds und in der Siedlung spazieren Auch andere Passagiere taten das jetzt Als ich um die Ecke eines Stalls bog lagen die Corals mit den Pferden und Maultieren vor mir Die Sicht war schlecht Ich trat heran drehte mich dann um und lehnte mich dagegen Wie ich es befürchtet geahnt oder gar erhofft hatte tauchte die Gestalt eines kleinen Mannes an der Stahlecke auf verhielt einen Moment und näherte sich dann Es war und Jax Etwa sechs Schritte vor mir hielt er an Hallo sagte er halblaut Sie haben auf mich gewartet oder So ist es erwiderte ich Und weil sie das sind was ich vermuten muss wusste ich dass sie kommen würden Hat John Donovan den Kopfpreis erhöht Immer noch hoffte ich dass ich mich irrte Doch Jax erwiderte Seit sein Junge Tod Der Junge ist tot Das kann doch nicht sein Ich habe ihn doch nur in die Schulter geschossen Daran stirbt man nicht Doch widersprach Owen Jax Der Junge bekam eine Blutvergiftung und starb an der an sich harmlosen Wunde Seit Donovan weiß dass ihr mit der Miss Celina Montana wolltet ist er unterwegs Ich sollte euch nur begleiten und nicht aus den Augen verlieren Nachrichten hinterlassen Aber jetzt Ich wusste dass dich mein Schießen alarmiert hat Dass du etwas zu wittern begonnen hast und wusste plötzlich dass ich nicht länger den lieben Burschen spielen konnte Jetzt war mir klar warum Big John Donovan immer nach Kopfgeldjäger nach uns suchen ließ Sein Sohn war tot Jamie hatte ihm das Geld abgenommen das er für eine verkaufte Rinder und Pferde herde heimbringen sollte Dann war er zu ihr gegangen um sich das Geld zurück zu holen Aber ich war schon bei Jamie gewesen und hatte ihm ein Loch in die Schulter geschossen Nun war er tot Und dieser kleine Revolver Mann wollte sich 10.000 Dollar verdienen Ich sagte Hinter dir ist mein Partner Farlo Du sitzt in der Falle Hinter dir ist niemand Erwiderte er Farlo habe ich Ich werde hier mit deiner Leiche auf Donovan warten Aber ich bin fair Wenn der Nachtvogel auf der anderen Flussseite noch mal ruft werde ich ziehen Er hatte kaum ausgesprochen Da tönte der Schrei des Kauzes über den Fluss Und er zog und schoss Auch ich zog Doch noch bevor ich abdrücken konnte bekam ich seine Kugel Bis ich zum Abdrücken kam schien eine Ewigkeit weil ich war Als mich seine zweite Kugel traf sah ich ihn umfallen Erich hatte ihn getroffen Ich schoss nochmals während mir die Sinne schwanden und der Erdboden mir entgegen kam Ich kannte diese Art von Erwachen schon dieses Hochkämpfen aus Tiefe zum Licht Man blich einem Taucher der wieder zum Leben empor wollte Unten in der Tiefe war nur der Tod So erlangte ich das Bewusstsein Jamie saß bei mir auf dem Bett Rand und ich spürte dass ich auf dem Schiff war Sie hatten mich also gefunden und an Bord gebracht Und Johnny Farlow Noch bevor ich es fragen konnte hörte ich Johnny Farlows Stimme vom anderen Bett der kleinen Kabine fragen Ist er wach Jamie Ja er ist wach erwiderte sie und ließ mich aus einer Schnabeltasse Tee trinken Der Tee machte mich munter Auch der trockene Mund war plötzlich wieder zum Sprechen fähig Erzählt mir alles verlangte ich Timmy sagte schlicht Man hörte das krachen der schüsse und fand euch zuerst Johnny mit der Messer Wunder im Rücken dann dich und diesen Owen Jacks tot sie brachten Johnny und dich an Bord nun liegt er hier in unserer Kabine und in unseren Betten du hast zwei Löcher abbekommen Kleid doch wir haben einen richtigen Dock an Bord der die Gold Gräber behandeln will und sich bestens auf Als ich zum zweiten Mal aus den dunklen Tiefen hoch kam verspürte ich bösen gierigen Hunger mein Körper verlangte nach Säften Jamie war neben mir und gab mir Tee zu trinken ich schluckte willig denn mein Mund war trocken nachdem ich mich mehrmals räusperte fragte ich gibt es nichts zu beißen ich hole was sagte Jamie und lachte froh du hungriger Wolf ich hole dir was sie küsste meine stoppelbärtigen wangen und verließ die Kabine ich wandte den Kopf und sah auf das Bett auf der anderen Seite die Kabine war klein ich hätte es über den schmalen Zwischenraum hinweg mit der ausgestreckten Hand berühren können Johnny Farlow lag dort und grinste wortlos er lag auf der Seite ich erinnerte mich daran dass er Owen Jacks Messer in den Rücken bekam ich glaube nicht dass ich dir in Fortbänden die Nase einschlagen werde sagte ich das glaube ich auch nicht sagte er und grinste mich an wie weit ist das noch bis Fortbänden es werden noch so mehr als 300 Meilen sein also mehr als 50 Stunden reine Fahrzeit erwiderte er weil jedoch die Nächte schwarz sind wie böse Seelen können wir nur bei Tageslicht fahren du hast also noch vier bis fünf Tage Zeit auf dem schönen Bettchen du aber auch gab ich zurück was macht denn der kleine Nadelstich in deinem Rücken er juckt sagte er und grinste wieder in seiner ganz speziellen Art ich bin früher wieder auf den Beinen als du und die süße Sue mag mich von Tag zu Tag mehr ich wette mit dir dass ich sie nach Last Chance City mitnehmen kann meine Leute werden staunen die haben nämlich alle nicht geglaubt dass ich was ganz besonderes finden würde und sie ist was besonderes und du wolltest sie zuerst wie ein Pferd kaufen sagte ich jemmica mit einem Tablett fleisch suppe mit mehl klößen ich werde dich füttern denn wenn du ruhig liegst verharschen deine wunden schneller kleid als wir dich eine Menge Narben an deinem Körper wie oft hattest du schon Glück ich grinste schief ich müsste schon ein halbes dutzend male tot sein murmelte ich dann willst du mich endlich füttern oder weiter Fragen stellen sie bittete mich etwas höher dann begann sie mich zu füttern immer wenn ich in ihre Augen sah erkannte ich wie sehr sie sich freute dass es mir besser ging und sie war ein Oma von Bord der Miss Sally gegangen weil sie nicht daran dachte sich mit Kapitän St. Blende zu arrangieren sie war von Bord geflüchtet ohne etwas mitzunehmen das musste doch wohl Liebe sein oder als wir am vierten Tag den Citadel Rock passierten einen kirchtraumartigen Felsen die Engstelle des oberen Missouri stand ich sogar für eine halbe Stunde auf um ihn mir anzusehen meine Wunden waren gut verheilt auch Johnny Farlow war wieder auf den Beinen Jamie und Sue standen bei uns an der Reling Johnny sagte ernst hey wenn euch dieser Blennart Schwierigkeiten machen sollte dann helfe ich euch er wird uns Schwierigkeiten machen sprach Jamie bitter der hat mich nur an Land gelassen weil ich auf der Hafenstraße spazieren gehen wollte und weil er sah dass ich nichts bei mir hatte er traut mir nicht zu dass ich alles im stich ließ der wird uns betrügen wollen dann machen wir ihn klein sagte ich ruhig so klein es war schon fast Abend als die Hilda bei Fort Benden an einer Landebrücke festmachte aus dem einzigen Handelsfor war eine primitive Stadt geworden es gab im weiten Umkreis keinen Baum mehr keinen Strauch oder irgendwelches Grün man hatte alles abgeschlagen zum Bau von Hütten oder Häusern benötigt oder von den Tieren abfressen lassen am Ufer stapelten sich Kisten Fässer Ballen Bretter und Bauholz Maschinen jeder Art Dampfkessel und noch vielerlei andere Dinge Frachtwagen wurden beladen es war ein Gewimmel von Menschen Tieren und Fahrzeugen jeder Art drei Dampfboote hatten festgemacht und einer dieser drei Steamer war die Miss Sally dann sagte Johnny Farlow kommt ich weiß wo wir unterkommen der Agent der hiesigen Post und Frachtlinie ist ein Freund von mir der quartiert uns in einem leeren Fahrerquartier ein und nach Mitternacht besuchen wir Kapitän blangert oder fühlst du dich noch nicht rüstig genug für diesen Spaß Kopfschüttelnd sagte ich wenn ich mich nicht prügeln muss bin ich bereit für den großen Spaß Johnny Farlow lachte leise was aus zwei Burschen wie uns nicht alles werden kann sagte er und grünste am Anfang wollte ich dir Jamie weg nehmen und dich einfach über Bord werfen und jetzt helfe ich euch sogar ich frag mich immer wieder wie das kommen konnte weil du im Grunde genommen gar kein so übler Bursche bist sagte Jamie und weil wir zusammen schwimmen gingen und den Big Muddy leer zu trinken versuchten erwiderte ich er schwieg einige Atemzüge lang wir wollten uns gegenseitig umbringen murmelte er und jetzt willst du mir nicht mal mehr die Nase einschlagen esu begreifst du dass ich ein prächtiger Bursche bin so lächelte seltsam ich habe dein Wort sagte sie dass ich wieder gehen kann wenn du doch kein prächtiger Bursche sein solltest mach dir nur nicht zu viele Hoffnungen doch widersprach die mache ich mir seit hat sich in mir etwas verändert es war nach mitternacht als wir uns auf den weg machten johnny jamie und ich johnny trennte sich bald von uns er würde sich am ufer ein boot suchen und von der flussseite her an bord der miss Sally klettern er war unsere rückversicherung mit jamie ging ich weiter bis zur lande brücke der miss Sally einer der Decksmänner erkannte uns sofort das warnte mich ich war alarmiert der bewaffnete Decksmann ließ uns an bord und sagte sogar dass er sich mächtig freuen würde uns wiederzusehen besonders die lady um die man sich an bord allerhand Sorgen gemacht hätte die feuer der miss Sally waren aus sie war entladen hatte kaum noch tief gang und tanzte ein wenig weil die Strömung fortwährend an ihr zerrte aber das Schiffer gut festgemacht noch nicht einmal Brennholz für die Talfahrt war an Bord in der großen Doppelkabine in der Jamie und ich gewohnt hatten brannte Licht als wir zum Kabinendeck hinaufgingen begegnete uns kein Mensch und als wir oben waren klopften wir nicht an wir traten ein Kapitän Sam Blennard saß hinter dem Schreibtisch er rauchte eine Zigarre und grinste uns im Lampenschein entgegen Na da seid ihr ja sagte er schön euch wiederzusehen wo ist es in der Löwe ich hätte nicht geglaubt euch wiederzusehen aber ich habe damit gerechnet willkommen also Partner warum haben sie die Messelle nicht gestoppt und versucht uns wieder an Bord zu holen er schüttelte sich vor unterdrücktem Lachen warum wohl dann deutete er mit der Zigarre auf Jamie du hättest es gut gehabt bei mir sagt er was gefiel ich habe die Fracht der Messelle mit unwahrscheinlich gutem Gewinn verkauft eigentlich müsste ich euch mehr als 50.000 Dollar auszahlen und ihr hättet auch noch euren Anteil an der Messelle aber ich fragte aber was aber ich will nicht antwortete er warum sollte ich wir haben hier kein Gesetz auf dem Fluss gibt es nur das Gesetz des Stärkeren seine Worte sagten mir dass wir in der Falle saßen ich wandte den Kopf und sah hinüber in den anderen Teil der Doppelkabine die die ganze Schiffsbreite einnahm die Schiebetür stand offen dort drüben war der Schlafraum er war unbeleuchtet und plötzlich wusste ich dass dort in dem dunklen Raum Gefahr lauerte Lennart sah meinen Blick er grinste und deutete mit der Zigarre hinüber gehen sie hin und sehen sie sich das an sagte er aber bewegen sie sich langsam ganz langsam sonst kracht es und auch die schöne Jamie steht in der Schusslinie bleib stehen Jamie sie wollte sich bewegen aber sein scharfer Ruf ließ sie verharren ich machte langsam drei oder vier Schritte bis zur Schiebetür beugte mich dann vor und sah in den dunklen Schlafraum hinein und da sah ich sie hinter den beiden Ledersesseln knieten zwei Männer sie hatten die doppelläufigen Schrotflinten auf den Sessellehen liegen wir befanden uns in ihrer Schusslinie draußen sind noch ein paar meiner Leute sagte Lennart jetzt sie haben keine Chance hier gibt es für sie und ich schüttelte ungläubig den Kopf und wie soll es jetzt weiter gehen fragte ich scheinbar erschüttert er grinste wieder und saugte an seiner Zigarre seine Augen funkelten ja er fühlte sich als absoluter Sieger der alles bedacht hatte zuerst eine Waffe nimm sie mit zwei Fingern heraus und wirf sie dort in die Ecke und dann ich fragte es um Zeit zu gewinnen ich keine weil uns zwei Schrotflinten durch die offene Schiebetür vom Schlafraum aus total beherrschten so schnell konnten wir gar nicht aus der Schusslinie springen um den Schrotladungen zu entgehen na los die Waffe weg forderte Blennert hart er deutete mit der Zigarre über seine Schulter hinweg in die Ecke dort stand der Geldschrank mehr als hunderttausend Dollar sind da drin ich wäre ein Narr sie mit euch zu teilen was geschieht mit uns wenn ich die Waffe weggeworfen habe bevor er antworten konnte geschah endlich etwas es war ein Wunder aber ich begriff schnell dass für dieses Wunder wahrscheinlich Johnny Farlow verantwortlich war auch Blennert spürte es zur gleichen Zeit wie ich weil er ein Flussmann war ein Kapitän wusste er es sicherlich noch eher zu deuten als ich denn er schien zu lauschen wirkte erstarrt und konzentriert die Miss Sally bewegte sich anders sie zerrte nicht mehr an den Haltelein und schlug auch nicht mehr gegen die Fender der Landebrücke sie schwamm von der Strömung flussabwärts getragen dabei war sie völlig manövrierunfähig und musste bald irgendwo auflaufen oder stranden Kapitän Sam Blennard sprang auf fluchte und warf die Zigarre auf den Schreibtisch ich wartete auf seinen Fehler der nun kommen musste denn wenn er zur Tür wollte um draußen nach dem rechten zu sehen vor allen Dingen nach seinen Leuten von denen ja wie er sagte einige draußen sein sollten dann musste er selbst in die Schusslinie der beiden Schrotflinten er musste zwischen Jamie und mir hindurch oder um einen von uns herum zur Tür ich konnte mir nicht vorstellen dass seine beiden Männer abdrücken würden wenn er mit in der Schusslinie stand aber es würde um Sekunden Bruchteile gehen und tatsächlich er rief haltet sie in Schach und dann wollte er zwischen uns hindurch zur Tür ja er stieß Jamie sogar zur Seite das war der richtige Moment ich jagte ihm als er an mir vorbei wollte die rechte in die Magenpartie sie traf ihn wie der Tritt eines Maultiers ich hielt ihn aufrecht benutzte ihn als Schutzschild die beiden Kerle im dunklen Schlafraum schossen nicht das war mein Glück Jamie hatte er selbst aus der Schusslinie gestoßen um Platz für sich zu schaffen er wird es euch danken sagte ich über seine Schulter hinweg was hätte er euch denn für eine Prämie versprochen 500 Dollar für jeden dann bekommt ihr tausend und wenn ihr ohne Waffen herauskommt und ich den Geldschrank offen habe sie kamen ohne Waffen ich nickte ihnen zu und riss Blennard die Halskette mit dem Geldschrank Schlüssel vom Hals dann sagte ich Jamie öffne die Tür sie tat es und ich trug Blennard hinaus und warf ihn über die Rähling in den Fluss vielleicht würde er ertrinken aber das war seine Schuld da trauchte Johnny Farlo auf der du mit Jamie in der Klemme saß ist habe ich alles richtig gemacht sicher und wie erwiderte ich dann traten wir ein Jamie stand den beiden Männern gegenüber sie grinsten etwas verlegen und zugleich tückisch immerhin sie hatten nicht geschossen sie waren keine Killer sondern nur Flussmänner zwischen Gut und Böse tausend Dollar nicht wahr fragte einer ich trat zum Geldschrank holte das Geld für sie aus warf es ihnen zu haut ab sagte ich und kommt uns nicht wieder vor die Augen sie flitzten davon Johnny sagte wie edel du wärst in früheren Zeiten ein stolzer Ritter gewesen jetzt weiß ich warum Jamie dich liebt und wie ich zubekommen kann man muss edel sein wir spürten nun dass die Miss Sally weiter in den Strom geraten war wahrscheinlich war sie nicht mehr zu retten denn sie war manövrier unfähig und würde bald auflaufen wenn sie dabei ein leck bekam lief sie voll ich fand im schlafzimmer unsere große reisetasche trat damit einen geldschrank und stopfte sie mit geld voll auch einige säckchen mit goldstaub waren dabei johnny farlo sagte das boot hängt hängt achtern am schaufel rat ich warte am boot nimm jamie schon mit verlangte ich als wir an land stiegen und das boot aus dem fluss zogen damit es nicht verloren gehen konnte sagte ich johnny wir teilen mit dir du kannst die hälfte haben nein widersprache ich bin reich ich brauche keine hühnerfutter jede menamin ist hunderttausend dollar wert aber wir sollten uns jetzt davon machen er hatte kaum ausgesprochen als wir hörten wie die miss sally weiter unterhalb auflief da mussten felsen am flussgrund sein denn es knirschte schlimm wenig später brach feuer aus vielleicht wurde durch den aufprall eine lampe umgekippt ich sagte holen wir zu und mieten eine sonderexpress kutsche nach last chance city dort ist ein revier ja und wie grünste johnny farlo und wie wir machten uns auf den weg zur post und fracht station in deren fahrer quartier die reisetasche in meiner hand war schwer es konnten mitsamt der paar goldstaubsäckchen wirklich an die 100.000 dollar sein die ich trug 100.000 dollar hatte jamie als limit für uns gesetzt bei 100.000 dollar wollte sie aufhören mit der jagd nach geld reichtum und glück jetzt hatten wir diese summe beisammen was wenn wir damit anfangen wohin würden wir gehen die beste möglichkeit war sicherlich der weg zur westküste nach san francisco auf jeden fall war die jagd nach dem geld zu ende glaubte ich wir mieteten uns eine kutsche und fuhren schon eine halbe stunde später nach westen hinauf in die berge der rocky mountains zu den goldfund gebieten last chance city war eine wilde campstadt in der die amüsierlokale spielhallen und freudenhäuser überwogen sie waren obwohl rasch errichtet nobel ausgestattet die kutsche hielt vor dem büro des fallo main office einen großen zweistöckigen haus fallo stieg zuerst aus und da kamen auch schon seine leute heraus staunten und freuten sich ja es war sofort zu erkennen dass sie ihn als stellte sie uns vor den buchhalter zwei min ingenieure einen wagenboss und zwei männer die wie revolver männer aussahen sie bewachten das gold der min das in einem zentnerschweren geldschrank aufbewahrt wurde als er ihnen zu haycox zeigte sagte leute helft mir sie zu erringen macht ihr immer wieder klar was für ein bursche ich bin sie ist zwar mitgekommen aber sie traut mir noch nicht so richtig seid also besonders nett zu ihr sie grinsten su an so freundlich sie konnten in der nächsten stunde bekamen jamie und ich ein hübsches zimmer im golden hotel su würde im office haus ein zimmer bekommen denn sie sollte ja vorerst bei farlo in der minenverwaltung arbeiten jamie und ich machten uns frisch und gingen hinunter zum mittag essen ich nahm die schwere reisetasche mit unserem vermögen mit und stellte sie unter dem tisch zwischen meine füße der speiseraum war noch nicht bis auf den letzten platz gefüllt der nebentisch war reserviert als wir die suppe löffelten kamen zwei männer und setzten sich nachdem sie jamie mit staunender bewunderung betrachtet und sich höflich verbeugt hatten jamie schenkte ihnen ein strahlendes lächeln von dieser minute an nahm unser schicksal einen besonderen verlauf denn die beiden männer am nebentisch die wie seriöse geschäftsleute wirkten begannen sich über claims minen grundstücke und geschäftsverkäufe der verschiedensten art zu unterhalten sie waren anwälte makler oder der gleichen ich sah dass jamie die ohren spitzte sie saß mit dem rücken zu den beiden männern das wort verstehen sie musste wirklich sehr interessante dinge hören plötzlich beugte sie sich vor in ihren dunklen augen war ein funkeln pass auf sagte sie da ist ein spielsalon zu verkaufen es soll die nobelste und seriöseste spielhalle von last chance city sein kleid das ist die chance es traf mich wie ein tritt in den wagen verdammt dachte ich wir haben hunderttausend dollar in der tasche vielleicht noch ein paar mehr und sie will eine spielhalle kaufen verdammt 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 ich hätte am liebsten laut geflucht denn mir war die gefahr sofort bewusst wenn jamie spielte war sie ein anderer mensch seit ich sie auf der miss sally beobachtet hatte war mir das klar jetzt hatten wir viel geld selbst wenn ich mich weigerte mitzumachen hatte jamie ein recht auf die hälfte 50.000 dollar sie erhob sich plötzlich gehen wir sagte sie und vergiss die tasche nicht komm mit mir kleid bitte sie ging davon nach runde 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 es gab eine bar in einem neben raum standen einige billiardtische die ganze spielhalle war nicht sehr groß aber man konnte wittern dass um größere beträge gespielt wurde weil hier die nickte er war nicht den größten teil meines lebens in verräucherten lokalen und spielhallen zugebracht meine augen sind schlecht mit meiner lunge stimmt was nicht ich kann hier keinen winter mehr durchhalten ich muss nach süden in warme trockene luft jamie nickte wie viel fragte sie dann er sah sie prüfend an und begriff dass sie eine spielerin war und wie schön sie war hunderttausend sagte er knapp jamie sah sich nach mir um machst du mit kleid nein erwiderte ich feigling ich nickte wir hatten uns ein limit gesetzt sprach ich hunderttausend dollar halte dich daran nein nicht wenn sich solch eine chance bietet nicht wenn wir bis zum frühjahr verdoppeln können verdoppeln und noch mehr begreift das doch der spielhallen besitzer murmelte dann wird wohl nichts aus dem geschäft und wollte sich abwenden aber jamie sagte halt mister er hielt im ansatz der bewegung inne mein name ist mcgillen frank mcgillen lady ich heiße jimmy boston und wir sind beide spieler nicht wahr so ist es wohl miss boston erwiderte er sie schenkte ihm ihr strahlendes lächeln dann spielen wir um fünfzig tausend dollar sagte sie gewinne ich zahle ich nur fünfzig tausend dollar für die spielhalle verliere ich sind sie um meine fünfzig tausend dollar reicher okay frank mcgillen starrte sie an als wüsste er genau was in jamie vorging und könnte es verstehen er nickte ich aber stellte die reisetasche auf den tisch holte fünfzig tausend dollar heraus sagte zu jamie viel glück und ging denn ich war fertig mit ihr entschlossen mich von ihr zu trennen sie war eine süchtige spielerin die ihr wort gebrochen hatte hunderttausend dollar war unser limit ich ging zum hotel zurück und setzte mich im speisesaal wieder in unseren tisch tief enttäuscht jamie war verrückt ich bekam das essen und aß ohne wahrzunehmen was jamie riskierte ihr ganzes geld wenn sie verlor würde sie wieder in einer musier hall als sängerin auftreten oder würde ich ihr helfen fünfzig tausend dollar waren immer noch eine menge geld es reichte auch für uns zwei einige male wollte ich aufspringen und zur spielhalle laufen nach einer halben stunde kam sie und setzte sich zu mir ich sah sie an sie hielt meinem blick stand hast du verloren sagte ich ja hast du alles verloren und wenn fragte sie herausfordernd ich musste etwas würgend schlucken die bitterkeit machte meine stimme heiser als ich sagte dann hast du nichts mehr zu verspielen jamie meine fünfzig tausend reichen für uns beide wir werden uns in Kalifornien an der Küste eine Pfirsich Plantage kaufen in Frieden leben und Kinder zeugen du wirst keine Karte mehr anrühren nein erwiderte sie das müssen wir bis zum nächsten Frühsommer verschieben denn ich habe gewonnen mir gehört die Spielhalle Kleid wirst du mir helfen ich wusste was sie von mir verlangte sie brauchte mein Geld nicht aber sie musste ihre Angestellten unter Kontrolle halten mehr als ein dutzend Gruppiers kraten aus Thailand Barkeeper sie brauchte einen männlichen Beschützer ihre Angestellten waren hart gesottene Leute Glücksspiel war erbarmungslos während ich noch überlegte starrte ich in ihre dunklen Augen und erinnerte mich daran dass sie in Omaha von Bord gegangen war und sich nicht mit Blanchard arrangiert hatte sie liebte mich auf ihre Art okay ich helfe dir aber meine 50.000 Dollar bleiben für uns in Reserve Frank McGillan blieb eine Weile und half Jamie bei der Übernahme der Spielhalle er machte sie mit allen wichtigen Leuten bekannt und sorgte dafür dass alle Angestellten blieben und Jamie alles fest in den Griff bekam die Spielhalle war ein Gold Ad Jamie lockte alle Großen an die gegen sie spielen wollten denn eine schöne Frau zu besiegen wünschten sich alle doch keiner schaffte es manchmal kam Johnny Farlow aber er spielte nie wieder gegen Jamie er wirkte zufrieden fast glücklich manchmal erzählte er von Sue die ihn oft zu seinen Minen begleitete und dann tagelang mit ihm unterwegs war die Minen Canyons oder hoch oben in den Bergen ich werde sie bekommen sagte Johnny Farlow immer wieder ich merke dass sie mich wirklich zu mögen beginnt und wenn sie will dann verkaufe ich alle Minen und zeige ihr die ganze Welt nach einer Woche verließ uns Frank McGillan Jamie hatte alles voll im Griff sie war die souveräne Chefin ich stand hinter ihr wie ein Prinz Gemahl und Beschützer doch ich war nicht sicher ob ich diese Rolle bis zum Frühsommer durchhalten würde manchmal dachte ich an Big John Donovan dessen Sohn gestorben war und der uns jagen ließ er würde eines Tages in der Last Chance Gulch auftauchen unsere Fährte war leicht zu verfolgen wir hatten eine Sonderexpress Kutsche gemietet und Jamie besaß die nobelste Spielhalle von Last Chance City Ich machte mir täglich größere Sorgen denn wir wussten ja nicht einmal wie dieser Big John Donovan aussah er würde seinen Namen natürlich nicht nennen und nicht ohne seine Revolver Männer kommen vielleicht würde er wie einer der vielen anderen Burschen der Spielhalle aussehen ich spürte wieder einmal instinkthaft dass etwas auf uns zukam aber Jamie wollte nicht weg sie machte jede Nacht eine Menge Gewinn Nach zwei Wochen kannte ich alle wichtigen großen Burschen der Last Chance Gulch reiche Mienenbesitzer Besitzer der Frachtlinien der Erzmühlen und Schmelzen erfolgreiche Geschäftsleute und die Besitzer besonders ergiebiger Claims Es wurde viel Geld nach Last Chance City gebracht Jede Nacht kamen mehr als 3000 nach allen Sünden lechzender Männer in Wagen zu Pferd oder zu Fuß in Untersünden Babel Manchmal kamen noch Köpfiger Mann bei dessen Anblick ich sofort an einen Jagdfalken dachte Der Fremde war offensichtlich allein aber er wirkte wie ein Boss ein King Auf seinen Handrücken waren alte Lasso-Naben Er nannte sich John Drango Nur was waren hier schon Namen Dieser John Drango hatte eine Menge Geld Eine ganze Woche lang kam er in die Spielhalle und gehörte bald zu dem Kreis von Spielern Johnny Farlow einmal für eine Stunde herein kam zeigte ich ihm diesen grauen Falken der sich John Drango nannte Der da sagte ich Der könnte Big John Dunnevin sein Johnny Farlow nickte und sah ihn sich genau an Der könnte irgendwo in seinem Revier ein Big John sein murmelte er Aber hast du noch andere Anhaltspunkte außer dass er mit Jamie spielt und schon eine Woche lang jede Nacht an sie verliert er beachtet mich nicht murmelte ich obwohl er längst weiß dass ich hier der Bulle im Coral bin mir ist als hätte er furcht dass mir etwas an ihm auffallen könnte sobald ich ihm voll in die Augen blicke und Jamie spürt sie nichts er sitzt an ihrem Spieltisch wir haben noch nicht über ihn gesprochen erwiderte ich meine Leute werden ihn von jetzt an beobachten versprach Johnny Farley und ging wieder weil er Sue nicht lange allein lassen wollte ja er war in Sue verliebt und längst schon ein anderer Mensch geworden in dieser Nacht verlor der Mann der sich John Drango nannte sein letztes Geld mehr als tausend Dollar er erhob sich und ging hinaus ich lehnte am Ende der Bar und rauchte eine Zigarre zum ersten Mal traf mich sein Blick voll und fest da spürte ich John Drango war mein Feind aber war er Big John Donovan der von sehr weit her gekommen war um uns zu bestrafen und wenn wie hatte er sich unsere Bestrafung vorgestellt drei Tage und drei Nächte war John Drango verschwunden ich rechnete damit dass wir ihn wieder sehen würden als die vierte Nacht anbrach kam er mit zwei Begleitern in die Spielhalle hartgesichtige Burschen mit scharfen Augen und schmalen Lippen sie trugen Colts es waren Revolver Männer er brachte Gold mit viele kleine neue Lederbeutel mit Gold jeder mit einem Kilo Gold gefüllt es waren kleine Beutel kaum größer als ein Beutel Tabak manchmal war Goldstaub drin manchmal größere Körner oder gar Nuggets Drango holte zehn Beutel aus einer ledernen Maulbügeltasche und verlangte 1000 Dollar Chips dafür man sah ihm an dass er etwas vor hatte nachdem er stets mit Verlust gespielt hatte er hatte sich Gold verschafft woher er sah Jamie und die anderen Spieler am Tisch der Reihe nach mit seinen funkelnden Falken Augen an ich habe eine ganze Woche lang ziemlich viel verloren sagte er doch von nun an hole ich es mir zurück ich habe sie alle genau studiert jetzt blöfft mich niemand mehr oder wollen sie mir keine Revanche geben Jamie und die anderen Spieler lächelten oder grinsten Bill Murphy ein Mann der vier Dutzend Erzwagen zu seinen Erzmühlen und Goldwaschanlagen unterwegs hatte lachte heiser wir freuen uns immer wenn ein Verlierer Revanche haben will denn ein Verlierer bleibt auf die Dauer immer ein Verlierer nur zu Mr. Drango nur zu so war doch ihr Name er John Drango erwiderte dieser so heiße ich dann sah er zu mir herüber ich sah das funkeln in seinen Augen wenn es big John Donovan war rechnete er damit dass ich ihn erkannt hatte was er in Gang zu bringen versuchte war eigentlich ziemlich klar er wollte mit Jamie um alles oder nichts spielen aber was hatte er mit seinen beiden Revolver Männern vor die etwa drei Schritte hinter hinter ihm an der Wand lehnten glaubte er Jamie beim Poker klein machen zu können bevor er auf mich los ging oder wollte er sie nur bei einem Kartentrick ertappen Jamie tauschte mit mir einen Blick ich versuchte sie zu warnen aber ich war nicht sicher ob sie die Warnung in meinen Augen erkannte ihre Augen funkelten große Beute wartete es würde ein Kampf ohne Gnade werden Instinkt und Mut waren gefragt Jamie wollte reich werden deshalb hatte sie diese Spielhalle für teures Geld erworben ich stöhnte innerlich denn ich wusste es kam etwas in Gang vielleicht hatte dieser John Drango den ich für Big John Donovan mitgebracht das Spiel begann alles war genauso wie damals als Jamie und ich in einer Poker Runde saßen zu der auch Big John Donovans Sohn den ich anschoss und der dann starb ich wusste ich würde mich nicht vom Bar Ende weg rühren ich musste bei Jamie bleiben gegen Mitternacht kaufte der Mann der sich John Drango nannte nochmals 10.000 Dollar Chips für 10.000 Dollar in Gold Staub die ersten hatte er verloren von diesem Moment an begann er zu gewinnen er bekam bessere Karten als die anderen Spiele oder er gewaltige Summen gespielt manchmal waren 20.000 Dollar im Topf aber er verlor nicht mehr er gewann nur noch das Spiel war gekippt zwei Stunden nach Mitternacht begann sich die Spielhalle zu leeren der Mann der sich John Drango nannte hatte einen Haufen Chips vor sich liegen er hatte nicht nur alles zurück gewonnen er hatte auch von den anderen Spielern eine Menge kassiert dann lief das Spiel nur noch zwischen Jamie und Drango einige Male gewann sie aber danach schlug er umso härter zu ich wusste es gab Nächte da konnte man nicht mehr gewinnen kluge Spieler machten dann Schluss ich sah Jamie mehrmals an mein Blick forderte dass sie aufhören sollte doch sie war wie besessen sie wollte ihre Verluste wieder aufholen sollte ich sie mit Gewalt vom Spieltisch wegholen ihr dass dieser Drango sie klein machte sie bettelarm werden ließ vielleicht wurde sie dann auf diese Art für immer von ihrer Spielsucht kuriert ich besaß ja immer noch meine 50.000 Dollar die reichten für eine Pfirsich Plantage in Kalifornien so wartete ich und das Unheil nahm seinen Lauf es war dann schon gegen Morgengrauen als Jamie ihre Spielhalle an John Drango verlor denn als er seine Chips gegen Geld einlösen wollte reichte die Kasse der Spielhalle nicht und so musste Jamie ihre Halle für lächerliche 17.000 Dollar für das allerletzte Spiel zum Einsatz bringen als sie verloren hatte saß sie wie betäubt da John Drango aber beugte sich vor und sprach über den Tisch hinweg zu ihr ich wusste dass es mir nicht so wie meinem Sohn Jesse ergehen würde sie haben Glück gehabt dass sie keinen Kartentrick versuchten gehen sie verschwinden sie raus aus meiner Spielhalle nun war alles klar er war big John Donovan und seine beiden Revolver Männer waren bereit für mich nachdem er mit Jamie fertig war kam nun ich an die Reihe konnte ich seine beiden Schießer und ihn schaffen die Frage musste ich verneinen er hatte sich gewiss keine zweitklassigen Größen mitgebracht vielleicht schaffte ich einen aber gewiss nicht beide Jamie erhob sich und sah mich an wie eine verwundete Katze sie wollte fauchen kämpfen etwas tun nicht aufgeben aber sie hatte verloren Jamie sah zu mir herüber doch ich konnte ihr nicht helfen ich steckte selbst in der Klemme und kam nicht wieder heraus von unseren Angestellten waren nur noch der Barmann und einer der Gruppier ist da der seine Abrechnung machte wir waren allein ich sagte geh Jamie geh nur sie ging aber nur bis zur Bar dort goss sie sich selbst einen Drink ein ich wusste was sie plante unter der Bar lag die abgesägte Schrotflinte Jamie wollte kämpfen und kämpfend untergehen aber wir würden keine Chance haben Big John Donovan erhob sich und sah mich an in meinem Land hätte ich sie aufknüpfen lassen sagte er Jesse war ein guter Junge nur etwas leichtsinnig aber er wäre ein prächtiger Mann geworden ich habe ihn absichtlich nur verwundet murmelte ich aber das zählt wohl nicht Mr. Donovan Big John Donovan sagte er als er das gesagt hatte drängten sich Männer durch die drei Eingänge der Spielhalle ich erkannte Johnny Farlow unter diesen Männern die meisten waren Gold Gräber fast alle trugen Schrotflinten ihr Anführer sagte laut hey sie da und ihr ergebt euch er meinte Donovan und die zwei Revolver Männer Donovan fragte wer seid ihr was wollt ihr es wurden fast 50 Männer ihr Sprecher sagte dies ist ein Vigilanten Komitee wir wissen dass sie und ihre beiden Männer die dahinter ihnen an der Wand letzte Nacht im geheimen Gold Transport der Aurora Miene in Cheyenne Canyon überfallen haben es gab drei Tote John Donovan stieß einen wilden Schrei aus und schnappte nach dem Colt auch seine beiden Revolver Männer zogen doch so schnell sie auch waren die Schrotflinten der Vigilanten krachten und erfüllten den Raum mit ihrem gewaltigen Donner mit einer Wolke aus Pulvertampf einige Tage später kletterten Jamie und ich auf unsere Pferde wir hatten ein Pack die dabei und waren für einen langen Ritt zur Westküste ausgerüstet wenn wir sie in einigen Wochen erreichten würden wir mit einem Seeschiff nach San Francisco fahren wir würden es nicht eilig haben unterwegs oft genug rasten solange der schöne Indianer Sommer noch andauerte Johnny Fahler und Sue standen bei uns ich sah auf Johnny nieder danke mein Freund sagte ich wir verdanken dir unser Leben du bist mit dem vigilanten komitee im letzten Moment gekommen und er hat mir zu einem fairen preis die Spielhalle abgekauft murmelte Jamie sie sah auf Sue aber deshalb empfehle ich ihn dir nicht er ist zwar ein uriger Bursche aber in deinen Händen ist er zu weinen auch ich ritt an nahm das Paktier an der Leine mit und so ritten wir zu einem neuen Anfang ich wusste nicht ob Jamie für immer vom Spielteufel geheilt sein würde Nachtrag es hat alles gut geklappt ich befinde mich auf unserer Pfirsich Plantage am Pazifik von unserer Veranda kann ich über die See blicken wir haben fünf Kinder vier Söhne und eine Tochter Jamie rührt keine Karte mehr an es ist alles gut Clyde Yates Yates Phil im Jahre 1886 Sie hörten Jamie und Clyde von GF Unger gelesen von Armin Brude eine Produktion von Lüber Audio 2017 1 2 0 1 1 1 2 1 2 2 1 1